jo leute was geht willkommen zum let's play von pokémon purpur auf deutsch natürlich es geht direkt los mit der charaktererstellung das denn ist alles was ich aussuchen kann okay wenn wir den standard boy und namen klar natürlich abfahrt kann ich jetzt auch ein bisschen schon am frisur ändern das machen wir gucken was es so gibt standard kurz und vielleicht da sehe ich mich okay also was man direkt sagen kann die haare sind egal ob female oder mail dunkelbraun braun pink magenta das kann bestimmt später noch ändern von daher ist sowieso erst mal was haben wir denn wir haben doch purpur nehmen doch purpur oder gesicht okay kann man mal kurz reingucken aber dass man immer oh gott oh gott guck mal bitte was man da alles einstellen kann will ich das will ich das alles einstellen okay komm wir also ich werde das hier mal rausschneiden leute oder ich mache ich mache timestamps dann könnte direkt vorspulen zum nächsten grün wieso sieht der aus als hätte er das sind noch nicht ja ich denke mal so standard ach hier können wir die farbe wieder machen möchte wieder purpur augenbraun farbe purpur die augenbrauen sind viel zu krass oder sieht aus als hätte er als wäre ich geschminkt also viel tut sich da nicht oder meine ich das nur ja das ist aber standard kein lippenstift schönes fleck auch nicht sommersprossen auch nicht abfahrt sprache und nahe können später nicht beendet werden geändert werden ok so ok los geht's bin der purpur boy traubenakademie weiter ja also ich war auf jeden fall im vorfeld extrem gehypt auf das game habe ich auch extrem viel liegen lassen das heißt wird es wahrscheinlich nicht mehr so krass viele aha momente für mich geben aber das heißt auch ich kann ein bisschen was erklären und auch ein bisschen mehr auf die details eingehen ich habe leider schon ein paar sachen gesehen die mir nicht so gefallen haben aber das base game also was pokémon kämpfen und so angeht gefällt mir sehr gut fangen brüten gefällt mir sehr gut story finde ich jetzt nicht so stark bei pokémon ist auch nicht so spannend aber gehört denke ich mal dazu und was ich schon gesehen habe ganz open worldig ist es dann nun doch nicht man ist was auch klar ist man kommt erst mit voranschreiten in gebiete mit pokémon höheren leveln das macht ja auch keinen sinn pokémon passen sich auch nicht an als eigene level an sondern die gebiete sind alle schon vor bestimmt welche level die pokémon dort haben die wilden und dementsprechend macht es ja nur sinn dass man nur durch verschiedene gimmicks oder durch eine orden abfrage keine ahnung das hier gelöst wird das werden wir wahrscheinlich herausfinden in die nächsten gebiete kommt oh da ist direkt das taurus ja es gibt vier verschiedene taurus taurosse mit verschiedenen ähm fähigkeiten äh verschiedenen äh hä wie heißt das denn attributen feuer wasser und so ihr wisst schon was ich meine äh elementen da hat man so elementen ich glaube unlicht feuer unlicht wasser unlicht kampf und das normale also es ist extrem viel kanten flimmern ich denke mal das sieht man schon alles sehr am flimmern aber damit kann ich leben ihr menschen man kann später wirklich so schnell fliegen so ein düsenjet kann man es eigentlich theoretisch überspringen ich will es nicht ausprobieren ich will es ja sehen also ich muss viel von meiner kritik auch mal zurücknehmen ich glaube hier in der ersten folge ist das sehr angebracht ja es ist nicht auf dem level von anderen games die ganze vergleiche kennen wir aber es ist schon extremer schritt von schwert und schild nach vorne also es ist immer noch nicht mega nice aber es ist auch nicht so schlimm wie ich gedacht hatte also es schon viel 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 besser tausendmal besser als arzois tausendmal besser als schwert schild ist halt nur schade wenn man denkt okay es könnte noch besser sein so da sind wir okay was war das oh gott was war das denn ein neuer nintendo switch console im größeren bildschirm ich habe heute ein leak gesehen auf twitter dass die extra pokémon jetzt hier so schnell rausgebracht haben weil die neue switch am anmarsch ist nächstes jahr äh das mit jetzt nicht auf die neue switch noch portieren müssen aber mal schauen alles immer nur gerüchte ne die es schon seit jahren gibt okay schön kann ich auch schnell laufen ich kann alles mögliche ansprechen aber ich denke wenn ich einfach mal runter ne oh kamera kann ich frei bewegen in im okay nicht ganz frei aber ein bisschen was das ist schon mal was das ging zum beispiel bei schwertschild gar nicht hier geht es auch nur bedingt aber es ist ja schon mal ein step vorwärts raff raff okay da vorne ist meine mutter wieso hat die schuhe im haus an das verstehe ich immer nicht schuhe aus ich werde es nicht vorlesen ich bin nicht so ein let's player der euch die ganzen texte vorliest wenn ihr das lesen wollt lest es gerne aber ähm ich werde hier nicht laut vorlesen mit verschiedenen stimmen also das finde ich immer ganz ganz schlimm bei let's playern ich weiß viele mögen das ich mag das gar nicht immer die ist vorgelesen dann auf krampf mit anderer stimme boah ne das finde ich ganz cringe das lassen wir mal lest schön für euch mit so in der geschwindigkeit wie ich lese wie gesagt die story von pokémon ist eh immer dieselbe das ist wahrscheinlich der böse klabel was das denn schon wieder für ein name die mutter sieht aber gut aus ne richtiges kolgater lächeln ok holen wir mal den beutel und den hut wollte ich sowieso direkt mitnehmen bin gespannt äh wann wir das pokémon auswählen können ich weiß auch schon welches ich nehme wurden ja jetzt auch schon mehrfach geleakt die äh entwicklungen das also ich weiß auf jeden fall wie die entwicklungen schon aussehen von pflanze feuer und wasser namen müssen wir noch reinkriegen die weiß ich nicht deinen hut mitnehmen ja möchte ich mitnehmen ich werde auf jeden fall das pflanzen pokémon nehmen weil wasser ist ganz bodenlos also das wasser pokémon also pfff das sieht so scheiße aus also ne ist alles geschmackssache immer aber das also das gefällt mir gar nicht feuer ist irgendwo okay sage ich mal und pflanze finde ich noch am okaysten von allen aha jetzt kommt schon das pokémon pokémon ich will bitte direkt schnell laufen können also wenn ich so langsam jetzt die ganze zeit laufen muss dann krieg ich die krise wohl an hat da einfach nur premier bälle da okay jetzt kriegt man direkt das pokémon ja feelori das flora katzen pokémon wenn ich auf jeden fall feelori und entwickeln das niemals ich finde ein krokodil auch cool so man könnte dann so eine krokodil ein krokodil team machen mit rabigato und so und hippo hippo potoras oder wie das heißt happy hippo ist nicht wirklich ein krokodil aber ihr wisst was ich meine ich habe mich entschieden turboträter turboträter smartrotom das neuste smartphone modell in dem sich ein pokémon namens ratom befindet bin gespannt wann hier das smartphone iphone heißt ein nagelneues smartphone hallo moins koppel mein bester so ich will direkt das ding hier ach man ey ich kann immer noch nicht schnell laufen oder ich weiß nicht wie es geht mit l1 machen die kamera hinter sich aber man kann sich auch so bewegen ich will direkt mal gucken ob ich es vielleicht schneller machen kann text tempel machen auf 3 später na auf jeden fall team box manuell spitznamen frage an vertikale horizontale kameras weichern spitznamen wie kannst du überspringen aus bla 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 ach nö man kann die kamera nicht schneller machen das ist so langsam wir gucken erstmal kurz wie lange man für eine umdrehung braucht 1 2 3 4 boah fast 15 sekunden das ist ja schrecklich ich will einfach philoriman geht wohl nicht ok hier ist die karte flugtaxi guck mal man sieht hier ein carpador und da wo man hin muss immer ok natürlich hier gehts um hier gehts ganz gut oh guck mal ein dartiri dartiri die ach gott bitte lass mich schnell laufen hä hä aber wenn man so nach links rechts geht dann ist auch so ein bisschen dass die kamera hinterher schwenkt ah guck mal rennen jetzt kann ich auch rennen gott sei dank ich kann rennen komm die dinger mir hinterher ey ich brauch so lange um mich umzudrehen das ist ja grauen ok der ultimative test sie haben es immer noch nicht drin sie haben es immer noch nicht drin das ist so belastend leute das kriegt ein team mesia hin das kriegen indie entwickler hin es ist einfach immer noch steinzelt alter ne das das haben schon gamecube das haben n64 games zelda können auf time konnte das die technik wie ist das der tonskoppel ist der gut die mädchen ich hätte alle drei pokémon so laut genug im mädchen ich hätte alle drei pokémon ich hab mich entschieden frag mich doch sollen wir stimmen hören nein da sind keine stimmen ist nicht vertont was denkst du hallo das ist doch nicht vertont imagine uff ne mila komm lass uns freunde sein f plus oder so aber sag wenn sie laut ist koppel ein kampf hier und jetzt koppel was macht also guckt euch mal bitte den schatten an also die schatten ist das erste was mich übel abfuckt dann lass die schatten doch weg also das ist ja ne gefällt mir nicht warum ist der schatten so pixelig warum hat der schatten nicht die form von dem oh gott es fliegt einfach in der luft man wir müssen wir müssen jetzt die die grafikbrille ausziehen leute grafikbrille ist ab sofort aus grafikbrille ist aus darüber wird jetzt kein wort mehr verloren leute jetzt geht es nur noch ums gameplay die hat auch so ein kolgate lächeln hehehe darf ich mir auch eins aussuchen was back in 2000 schlimmer moin pet skyck ich glaube das bringt dir nix zeit für einen kampf du 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 duell so erstmal kämpfen wo ist die hingelaufen guck mal da sind pokoball pokoball cool man läuft man nimmt das man hebt es einfach so beim vorübergehen auf das ist eine coole coole änderung ich schau mal hier kurz um die ecke ich wusste dass das hier noch was gibt man muss schon man muss schon a drücken aber dann geht's ich muss sagen das wasser sieht viel besser aus als bei schwertschild sieht viel besser aus auch die kante hier vom wasser viel besser als schwertschild immer noch nicht gut aber viel besser als schwertschild das muss man schon mal sagen aber wir wollten ja nicht mehr auf die grafik eingehen ne scheiß drauf es wird hier gekämpft kämpfen spright yes ey ja skulk dann äh ja ich weiß nicht was ich sagen soll dann viel spaß beim zuschauen oder beim warten auf morgen das ist ja echt fies ansonsten runterladen im store dann kannst du ab 12 uhr spielen aber ist ja auch nicht das wahre ne ich krieg die games eigentlich immer ein bis drei tage vorher so ich kann nicht also pokémon info ok da sehe ich nichts was sehe ich bei mir notdünner ich sehe keine ähm kein wesen das schlecht doppel pflanze fähigkeit notdünner hier kämpfen was kann der kratzer routenschlag blattwerk 40 stärke auf äh angriff machen wir mal was das sehe ich ja jetzt erst die hat ja gar nicht die ach man moin affe ist ja ich äh man normal nehmen die rivalen ja immer das pokémon was stark gegen einen ist die hat ja hier das schwächere genommen und online kommt es einen tag früher mieser ripp an dich habt ihr da gesehen das ferg orkel oder wie das heißt ferg kroko das kroko ding das steht da draußen gestanden hat zugeguckt wow du bist echt gut da unten da unten koko da unten da unten ko wieso ist die eigentlich so groß wenn ich so ein kleiner typ ne app die auch den pokédex auf eurem smartphone ne app ne app ne app ne ne app ne app ne app ne app ne app es wäre ein bisschen zu viel story gerade jahre Gegen ihn muss man bestimmt später noch kämpfen Ja Pokedex Wir müssen alles fangen Weil es könnte sein Dass man den Schillerpin bekommt Wenn man alle Pokémon gefangen hat Den ganzen Pokédex Das heißt Jedes Kack Pokémon Muss gefangen werden Minus Ja ja klar Ist logisch Gefangen, bekämpft Zuletzt Gefangene Zuletzt Bekämpfte Finde ich ganz cool Y raus Und oben ist immer unsere Mission Ist so ein bisschen Arzois mäßig Da war das ja auch schon Dass man immer irgendwelche Hui Die Select Ab und zu Dass man immer irgendwelche Missionen hatte Die man verfolgen musste Ich hoffe das nimmt nicht so Überhand Unten rechts die Karte Finde ich auch ganz chillig Moin Moin Lenox Ja morgens offizieller Release Ein Sandwich Ein Sandwich Fünf Tränke Perfekt Wo hab ich das schon Von einem Spieleladen Spieleladen Ja ja ich kann mir schon Die ist ja total Nervig Okay Muss ich hier genau umschauen Da ich wusste es Hier ist direkt wieder ein Pokéball Immer schön die Augen aufhalten Im Straßenverkehr Ein Pokéball Brauche ich Weil wir müssen echt viel fangen Und ich bin gespannt Wie groß der Pokédex ist Also Können wir das vielleicht schon mal schauen Was stand da? Ich hab nicht gelesen Hab ich irgendwas geschenkt bekommen? Abenteuer Feebel Smartroom Sandwich Ähm Ne Wie komm ich auf den Pokédex hier Ne Und da möchte ich jetzt gern Okay Kann man nicht alle sehen? X Pokédex Lennox Vielen Dank für den Follower Mein Bester Ich will den ganzen Scheiß Pokémon sehen Äh Pokédex sehen Guck mal Man kriegt hier Sachen Als ob Guck mal Es gibt hier sowas Wie ein Battle Pass Cool Find ich cool Muss ich sagen Aber was mich jetzt stört Man kann noch nicht Den kompletten Pokédex sehen So wie früher Dass man einfach sieht Wie viel es insgesamt gibt Das ist ja doof Gemein Ah vielleicht sieben Ne auch nicht Ich muss nochmal ganz kurz Wenn ich hier draufgehe Nicht nach Nummer Doch ist ja nach Nummer Ach guck mal Eins sieben Wahrscheinlich werden wir Das letzte Pokémon Das legendäre haben Dann wissen wir wie viele es gibt Ne Aber kriegen schon mal eine Idee Willst du kämpfen? Ne Willst du nicht Boah Es sind echt hier und da Lags Leute Direkt um 0 Kaff 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 Ja um 0 Uhr Krieg ich wieder Pokéball Jede Menge Mir 5 Ich bin gespannt wie das Fangsystem ist Ich hab Arzoy Ja nicht gespielt Das heißt Für mich ist das jetzt Komplett Neuland Auch diese Auto-Bettler-Funktion Da bin ich gespannt Naja wir müssen erstmal schwächen Das Faircoli holen wir uns Kampf Kratzer Noch ein Kratzer Und die Kämpfe gehen flott Gefällt mir Geht echt flott Da hatte ich Okay X Pokéball Einsetzen Ach guck mal Jetzt konnte ich die Kamera Aufbewegen Gefangen Sehr gut Neuer Eintrag Im Pokédex Nein Kein Spitznamen Die Nummer 10 So kriegen wir auf jeden Fall Mal einen Eindruck Dann auch wie viel es gibt Allererste Sahne Noch ein paar Gip her 10 Nice Wahrscheinlich hätten wir keine bekommen Hätten wir den nicht gefangen Also alles was wir sehen Müssen wir fangen Leute Alles für den Schillerpin ZR hat das im Pokéball aufhörst Okay okay Das können wir auf jeden Fall auch mal ausprobieren Faircoli her Oh man Sammelt auch so ein paar Oh was das Hat nicht geklappt Aber was ist das denn für ein Vieh Tarundel Kämpfen Wieso bin ich wieder full life Jetzt Ball Jetzt werfe ich ihn Ball Flieg und Sieg Bam Level 7 Und bis Alter das ist krass Ist er broken So Tarundel Ein Käferbogen Nein kein Spitznamen 4 Kilo wiegt das Nummer 12 Da gehe ich mal davon aus Faircoli hat eine Entwicklung Ein Hauptspros Fang So was Guck mal Autobettler Funktion Mit R Schöpflüge zurück Okay kann ich das jetzt fangen Kann ich das jetzt fangen Ne Hä Schick das nicht Platscher Kann ich nur Platscher Wieso hat dann mein Äh Felori Verkackt eben In der Luft Gefangen Und irgendein Item Wiederbekommen Ach das ist flug Das wusste ich gar nicht Nummer 16 So jetzt erstmal Äh Hier ein Trank Reinschallern Es geht alles sehr schnell Das gefällt mir sehr gut Also es ist nicht wie bei Ähm Diamant Und Perl Das wo alles so geleckt hat Hier so ein bisschen Hackelig war Noch mal ein Pokéball Perfekt So gibt es hier noch Irgend Da ist noch ein Pokéball Es stört mich echt Dass die Kamera so langsam ist Ich denke ich werde viel Mit L1 Äh arbeiten Dass ich direkt die Kamera Hinter mich hab Das sieht dann zwar Ein bisschen hakelig aus Aber Ist es halt so Ey wie viele Pokéball Hier rumliegen Ey da war auch ein Tartiri Das will ich auch haben Wie komm ich da hoch Ey wie viele Pokéball Hab ich das eben nicht gesehen Noch eins Sonderbonbon Direkt am Anfang Das ist huge Moin Donnie Und moin Amphi Ich kann nicht alle Können wir Wir müssen mal gleich Ein Command machen Verkuli Das Flüchte ich Ich muss gleich mal Ein Command machen Ich kann nicht alle Fünf Minuten sagen Wieso ich das Game Heute schon hab Nach der Folge Ich nehm mal grad ne Folge auf Wie man da hochkommt Ist grad für mich ein Rätsel Wahrscheinlich später Kann man irgendwie springen Oder so Da ist noch ein Pokéball Bin ich blind Oder war das eben nicht da Da ist noch ein Pokéball Alter wie viele Pokébälle Ist ein bisschen viel Aber man kann es einfach so Einmal beim vorbeigehen Da ist noch einer Da hinten ist noch einer Ey man läuft da von Pokéball Zu Pokéball Bleber Was ist das? Dich brauche ich Komm her Purmel Das kenne ich doch noch Das ist ein altes Pokémon Das ist nicht neu Moin Locke Nein Riskiert keinen Bann Purmel Kleinspitzname Meistens zerstrengen Nicht auf Twitch YouTube würden ja Weg Striken Aber Nicht auf Twitch Das brauchen wir Komm her Das ist doch so Elektro Pokémon Ich glaube es hat sogar drei Entwicklungen Aber nicht meins Das kommt nicht ins Team Ich kann schon mal sagen Was das erst Also ich weiß nicht Wann man es bekommt Ich hoffe wir finden das So auf dem Weg Ich will auf jeden Fall Diesen Ghost Dog Im Team haben Den will ich unbedingt Im Team haben Den finde ich richtig cool Parmo registriert Ein Maus Pokémon Ey wir haben bald die zehn Stück Dann kriegen wir glaube ich Sternenstaub Hast du das Game auch schon Locke Zockst du den schon privat Oder wartest du echt bis morgen Moin Clasher Schon seit einer Woche Krass Dich sollen die mal fragen Wieso du das Game schon hast Wieso hast du das schon seit einer Woche Dich 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 Finde die Quelle des mysteriösen Rufs Mache ich Äther Ey, noch ein Ball Oh, das will ich Fiaro, mega geiles Pokémon Das ist cool Sind das gerade zwei? Ne, wieso ist das eine da hinten noch? Guck das nur zu Das brauche ich Die ersten zwei Stunden sind so langweilig Ja, ist viel Story gedöhnt Ne Wenn es dann losgeht mit den Orden und so Dann wird es geil Tartiri Richtig geiles Pokémon Nummer 19 Ah, es füllt sich Gefällt mir Da oben ist Oh, das glitzert aber ganz doll Das glitzert ganz doll Kann man auch irgendwie so Sich auf der Karte markieren Dass hier was geiles ist Wenn ich von da oben irgendwie runterkomme Bestimmt, oder? Guck mal, da ist noch ein Hundhuster Ey, und ein Woneira Ich muss nach Norden Toll, wo ist das Norden? Da komme ich nicht lang Also ich glaube, wir müssen erwarten Bis ich das legendäre Pokémon habe Damit man hier die Wände hochkraxeln kann Aber das muss ich mir merken Direkt am Anfang Die Wand hoch Ranzoom habe ich gerade versucht Das war der höchste Zoom, den es gibt Der Kleiderziel ist nicht so Ja, also man kann ja später ganz viel Kleidung bekommen So wie ich das gecheckt habe Das Gimmick ist wohl Dass du ein Schüler bist von dieser Akademie Und du immer diese Akademie Kleidung anhast Die aber Verändern kannst Gibt es schon Day One Patch? Ja, gibt es Da, Hundhuster will ich haben Ey, Hundemann wäre geil Das war ein ganz neuer Ansatz Direkt am Anfang das legendäre Pokémon Ich denke mal nicht, dass man damit kämpfen kann Das kommt dann wahrscheinlich erst später Aber Nicht cool Das Sandwich? Das wäre witzig Es ist einfach das Sandwich Die Mami wusste es doch Oh, oh Das ist aber nicht vegan Mirai Don heißt das Ding Das ist doch schön, ne? Das ist doch schön, ne? Ich muss sagen, ich fühle meinen Drip. Meinen Stil mit den Liederländen Haaren. Schade, dass man sich nicht noch Liederländen Bart machen kann. Hinterher? Wahrscheinlich, ne? Aber sowas von hinterher. Rein da! Na, guck mal. Ich kann hier so... sowas machen. Meeresbuchthöhle. Alles gut, alles gut. Nö, kein Bock auf dich. Ich bin hier beschäftigt. Ich bin hier auf einer Mission. Das da will ich. Komme ich da hin? Ja, und wie ich da hinkomme. Entschuldige. Meint der, man kann später... Kann man schwimmen? Also da ist jetzt nichts Spannendes, aber... Vielleicht kann man schwimmen. Wow, krass. Wahnsinn. Hunde, Mann. Oh, den brauche ich. Komm her. Dich brauche ich. Mann, ne, wie ist das Ding? Mangunior, genau. Level 2. Kratzer. Ist das ein neues Game? Yes. Clasher, ja. Lebst du in der Höhle? Mangunior brauche ich. Sechs Kilo. Unschön schwer. Mangunior Haar. Ist das noch ein Mangunior? Noch eins brauche ich nicht. Noch ein Trank. Äh, ich kann mir eben Trank, glaube ich, benutzen, oder? Ey, ich kann keinen Start drücken. Oh, ein Dick da, Herr damit. Ist nicht so der Pokémon-Fan. Okay. Oh, Blattwerk würde den wahrscheinlich killen, oder? Mach ich mal einen Kratzer. Ball. Flieg und Sieg. Dick da. 148. Okay. Jetzt kommen wir langsam näher. Wenn der noch ein Dick da ist, bekämpfe ich das. Das sind easy Erfahrungen. Oh, jetzt sieht die Hölex so aus, als ob man da drin sein kann. Ich habe vor 20, na, vor 25 Minuten gesagt, ich sage nichts mehr zur Grafik. Muss mich zurückhalten. Ich kann nicht die ganze Zeit über die Grafik abranden. Es ist viel besser als Schwertschild. Das sollten wir uns immer in Erinnerung rufen. Es können so viel schlimmer sein. Ja, es könnte viel schlimmer sein, ja. Nein, ich sage nichts mehr dazu. Alles gut. Wir sind zufrieden, wie es ist. Wir sind absolut zufrieden und achten nur aufs Gameplay und auf die geilen Pokémon. Und die Entwicklung und auf das Kämpfen. Ist sowieso scheißegal, wie es hier aussieht. Wenn man will Pokémon kämpfen, züchten, Shinies, das ist doch das Wichtige. Weiter. Sollten wir uns auf das Wichtige konzentrieren. Wie kriege ich jetzt die scheiß, äh, Legendäre? Hier hat er seine Prioritäten. Clash, ich würde es auch feiern, wenn es besser aussehen würde. Hundemon, kann ich es auch fangen? Das ist ein Witz, oder? Ups. Okay, Kratzer, hau ihn weg. Das tat sogar mir weh. Was haut er denn weg? Richtig ne Peitsche gegeben. Da war noch ein Pokéball, den ich haben will. nicht mehr weh. Und dass wir heute usw. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Come on! Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das nicht Wario? Klar traue ich mich, komm ran! Ich bin gespannt, was der hat. Für einen Kleinstein oder so. Rattel. Level? 5! Bro, geh erstmal trainieren! Routenschlag sieht immer noch so aus wie vor 15 Jahren. Ich gewinnt's 300 Pokedollar. Hm. Du hältst mir Raidons Pokéball. Hä? Okay. Das war ganz schön mysteriös. Aber man kann nicht. Aber man kann nicht damit kämpfen, oder? Tokedex. 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 T jumping. Tobi. Tweed, ich erinnern eh. T Хорошо. T Pe Over. T草? T危? Battle Pass zusätzlich. Mache jeden Tag einen Kampf. Level ein Pokémon. Entwickle ein Pokémon. Fange ein Shiny. Als Wochenaufgabe. So, wo war das denn nochmal? Ein Pokédex und dann hier unten? Guck mal, die habe ich schon alle. Ne, äh, hier. Ne, wo war das denn nochmal? Hier? Ah ja, hier. X. Da. Noch einen Tag bis zur nächsten Belohnung. Sternstaub dreimal. Keine Ahnung, dass das ein Battle Pass ist. Ich habe es einfach so genannt. Fand ich witzig. Ne, das fände ich schrecklich. Ja, ja, es wäre... Ja, ja, es wäre nicht gut. Wäre ein trauriger Witz. Ich wusste, dass hier ein Pokémon ist. Äh, ein Pokéball ist. Schöner Beleber wieder. Ich verspiele, freu mich schon voll. Äh, ich spiele es erst seit einer Stunde. Bisher ist viel Story, bla bla. Ähm. Und ich habe gemischte Gefühle. Yonago-Bäre. Ja, ja, Yonago-Bäre. Remy, danke für den Follow, mein Bester. Ja, ich kann mal so... Oh, guck mal, hier ist der erste Kampf. Äh, ich kann da schon mal so ein kleines Fazit... Fazit geben zu dem, was ich so denke. Also, ich glaube, die Kämpfe, das, ähm... Ähm... Das Trainieren... Und... Also, alles, was das betrifft, was ich bisher gesehen habe... Wird richtig, richtig nice. Und die Grafik... Die Lags... Und die Story... Sind schwierig. Schwierig. Wir haben, glaube ich, alle einen extrem hohen Anspruch... Bei Spielen, wie... Die rausgekommen sind, wie Zelda... Oder jetzt gerade God of War... Elden Ring und so. Und dem kann ein Pokémon einfach nicht gerecht werden, leider. Aber... Es hat einen extrem krassen Sprung gemacht... Zu Schwertschild... Und Arzois. Also, wenn es damit vergleicht... Was ja auch nur fair ist... Ist viel, viel besser. Viel besser. Im Prinzip ein unfertiges Spiel. Oh, der Battle Pass. Der Battle Pass kommt jetzt. Battle Pass. Wo war das nochmal? Hier. Trophäen. Da! Hätte jetzt 10 Einträger. So, 3 Säcke... Oh, bei 20 gibt es... Superbälle. Das kriegen wir auch hin. Ich mache oben den Kampf und dann geht es dabei her. Ja, ähm... Für die Leute, die Twitter haben... Ich lege euch mal den... Das Profil von Marco Maro... Zu Herzen. Das ist ein Nintendo Leaker. Und er hat heute geschrieben... Getwittert, dass... Ähm... Das Game halt so unfertig ist. Weil das gerusht ist. Weil es rauskommen musste, bevor... Äh... Es ist schon gerusht. Man merkt, dass da... Druck hinter war. Aber ich glaube nicht, dass ein Jahr mehr Entwicklungszeit... Das Game sehr viel besser gemacht hätte. Es hätte wahrscheinlich nur ein bisschen mehr Content. Moin, Hang. Ähm... Boah, da kann ich nichts zu sagen. Weil ich habe den Ballwurf gehasst. Denn... Let's go. Ist auch einer der einzigen Pokémon-Spiele, die ich nicht durchgespielt habe. Schaut einfach selber hier ein bisschen. Und dann macht euch selber ein Fazit. Für mich ist es schwer. Weil ich nicht so krass upranten will. Ich will ein bisschen... Ich will auch Spaß haben mit dem Game. Und... Man darf jetzt nicht die ganze Zeit... Aufs Schlechte gucken. Ja, die Grafik ist scheiße. Und es laggt. Und die FPS sind scheiße. Aber das Gameplay ist geil. Und die Kämpfe werden bestimmt auch geil. Und das Trainieren wird geil. Und darauf kommt es auch an. Und später die Raids werden bestimmt auch geil. Was bist du? Ein Ferkel? Hab ich schon. Ist hier noch irgendwas Neues? Bammelin brauch ich. Ja, damit... Ja, man kann es auch genießen. Mir macht es auch Spaß. Also ehrlich. Mir macht es auch echt Spaß. Und die Pokémon sehen da wenigstens gut aus. Das muss man ja auch mal sagen. Die Pokémon sehen echt gut aus. Es gibt Autokämpfe für Semi-AFK. Levelgrind. Yes, das gibt es. Klauenwetzer. Was macht Klauenwetzer nochmal? Macht er nicht Angriff hoch oder so? Wetter in Klauenwetzer. Angriff und Genauigkeit des Anwenders. Um eine Stufe wahrscheinlich, ne? Angriff. Ah, da können wir endlich mal sehen. Guck mal, Angriff ist hoch. Verteidigung runter. Hm. Ich denke mal sogar, dass Pokémon ist auf Angriff. Dann würde ich das sogar nehmen. Und dafür Routenschlag weghauen. Für Lory nehme ich auch. Ja, es ist die einzige Alternative, die du nehmen kannst, wenn du mich fragst. Man kann leider nichts anderes nehmen. Also das Wasser-Pokémon ist komplett Grütze. Es ist richtig bodenlos. Und das Feuer-Pokémon... Da bin ich auch nicht so ein Fan von. Geil! Aber gut, die Erfahrung ist halt echt wenig, ne? Die man da kriegt. Oh, das war viel. Oh, schaffst du den auch? Schaffst du auch? Okay, ich nehme alles zurück. Auto-Bettler-Funktion, cool. Cool, cool. Die Endhorns, die machst du platt. Hau mal die Endhorns weg. Hau den weg. Hau die alle weg. Das Gute ist, ich muss mir auch nicht so einen Stress machen wegen Shinies. Weil ich fast einen Full-Shiny-Decks habe. Bis auf die neuen Pokémon, die mir halt fehlen. Alter, der haut ja alles weg. Hau sie alle weg? Arzus habe ich gar nicht gespielt. Scheiß-Game. Nein, Carpador, muss ich fangen. Hör auf! Jetzt musst du aufhören. Das nächste Carpador brauche ich. Mist, das war dumm. Gibt es hier noch einen Carpador? Mist, das war dumm. Ich habe nicht aufgepasst. Carpador brauche ich für einen Decks. Guck mal, ob hier noch eins ist. Was kannst du von mir aus besiegen? Die kannst du auch besiegen. Mir wurscht. Carpador. Das ist halt echt chillig, ne? Du läufst einfach zu einem Pokémon hin, drückst einmal R und bam, wird besiegt. Das ist halt echt chillig. Und du sammelst da Bammelin-Haar. Ja, was ist das? Ich dachte kurz Amonitas, aber es ist dieses komische Dick-Wick-Wack. Kriege ich das denn? Oh, Wingoel. Hör damit. Komm her! Ist irgendwie aus Wasser geschafft. Nein, ich brauche das doch. Ha! Das holen wir uns. Wicklitz oder so heißt das, ne? Wacklitz. Schlickter. Aber Wicklitz, glaube ich, Englisch. Kratzer. Scheiße. Die Endstufe läuft nicht auf, hierbein. Sorry für den Leak. Ich muss... Das ist eins von diesen Fake Regionals. Yes. Ist es. Ey, cooler Effekt von dem Wasser. Das ist ein cooler Effekt. Da ist das Carpador, was ich brauche. Schnell zum Carpador. Schlickter. Ich glaube, der nehme ich ins Team. Für... Das Carpador brauche ich. Das Carpador brauche ich. Von so einem anderen Pflanzen-Pokémon. Was auch bei Pokémon Unite gibt. Ich habe den Namen vergessen. Es gibt mittlerweile so viele Pokémon. Ich kenne die ganzen Namen nicht mehr. So, die ersten 300 Pokémon kenne ich alle mit Namen. Alles, was danach kommt, schwierig. Carpador am Start. Boah, auf Garados. Garados wäre cool, ne? Richtig schön. Oldschool. Komm, besieg mal die ganzen Schlickters. Besieg sie. Besieg sie doch. Okay, bitte. Dann besieg das Carpador. Oh, Wingull. Komm her. Mit der Wasserblase auf dem Kopf. Boah, ich kenne die ganzen Namen nicht. Das ist so peinlich. Ja, ich weiß, welches du meinst. Aber keine Ahnung, wie das nochmal hieß. Ich habe das Gefühl, die haben die Fangquote erhöht. Kann das sein? Wingull am Start. Ab in die Box. 132. Ey, mach Fortschritt. Geht schon gut voran. Was ist das da? Ach, das Wingull auf dem Boden? Ich habe noch nie einen Wingull laufen sehen. Lauf mal. Gerade ist das so ein bisschen rumgelaufen. Habe ich noch nie gesehen. Finde ich cool. Okay, Abfahrt haben wir alles. Schon viele Wasser-Pokémon. Echt cool. Auch eine große Variety. Und was mir gerade auffällt, bei Schwertschild war es ja noch so, dass man auch Pokémon random im Gras gefunden hat. So wie es hier aussieht, sind alle Pokémon einfach auf der Overworld. Und die Pop-Ins sind auch nicht so krass wie bei Schwertschild. Also man hat eine viel höhere Reichweite. Viel höhere Weitsicht. Finde ich gut. Aber es ist schon ein bisschen laggy. Hier und da. Oh. Oh. Guck mal, links und rechts neben dem Wasserfall. Was ist das denn? Äh. Ist da was versteckt oder wieso sieht das so aus? Okay, weiter geht's. Weiter geht's in der Story. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Wieder voll vergessen. Gegen den habe ich gekämpft, ne? Äh, habe ich. Da hinten ist Pokémon Center. Hier ist ein Pokéball. Schon ganz schön groß, ne? Ach, ich habe doch jetzt dieses Mirai-Don gedöhnt. Kann ich darauf reiten jetzt? Ah, geht nicht. Schade. Vielleicht später. Was ist das denn? Geil! Haben will. Traurig. SESO-Kits. Das gibt's doch auch in tausend verschiedenen Varianten je nach Saison, ne? Ich glaube, ich mache mal einen Kratzer. Naja, Kratzer. Ah, easy. Da kann ich bestimmt wieder Bälle kaufen. Hat es das da? Unten war noch dieses Fündchen. So, das sieht weg aus hier. Das habe ich schon. Ähm. Du meinst, das ist dieses Elektro-Pokémon, ne? Da, Parmo. Habe ich schon. Ne, was anderes. Kuh ich mir an. Kuh ich mir an. Kuh ich mir an. Ah, da. Ich sehe es. Ja, ja, ja. Das brauche ich. Das brauche ich. Gut gesehen. Gut gesehen. Das hole ich mir. Oh, hier ist was von Naira. Ey, geil, wie viele Pokémon man am Anfang schon fangen kann. Voll cool. Voll die krasse Variety. Komm, du hältst ein Flattwerk aus, oder? Oh, perfekt. Level 12. Fluffelhoff. Ach, das ist ja eigentlich Von Naira. Fluffelhoff. Hier komme ich noch Von Naira. Was ist denn Von Naira nochmal? Das von, ähm, Schanera, ne? Das ist ja Pummelhoff. Ihr sagt aber auch nichts. Gegen den kann ich kämpfen, aber erst mit dem Hund hier. Komm her. Ja, also die Größen, da haben sie Hefel. Also die haben auf jeden Fall noch die Größen geachtet. Das ist mir auch schon aufgefallen. Volltreffer. Perfekt. Ich kann jetzt auch mal was richtig cooles zeigen, was mir eben aufgefallen ist. Es gibt eine Funktion, wenn man bei den Pokémon ist, äh, womit man dann Auto heilen kann. Das will ich ausprobieren. Die 76. Habe ich jetzt nicht schon 20 oder so? So, wenn ich jetzt hier auf Pokémon gehe, ja, das war die Box. Das ist falsch. Das meine ich nicht. Beutel. Auch nicht. Ah, genau. Man muss hier rüber gehen und dann steht da unten Autoheilung. Zack. Weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber Autoheilung. Das war ein Pokéball. Wir haben es. Die nächste Region Form. Felino. Du hältst doch einen Kratzer aus, oder? Perfekt. Lehmschuss! Krass, starke Attacke. Ist vollgeheilt. Ist das, glaube ich, auch hängen. Finde ich aber cool. Das hat mich immer genervt, dass du in die Beutel gehen musstest, tausendmal drücken musstest. Jetzt machst du zwei Knöpfe und hast vollgeheilt. Finde ich gut. Giftboden. Geiles Pokémon. Werde ich alles entwickeln. Müsstest du auch mal schauen. Ich meine, ich habe jetzt 20, oder? 19. eins noch. Die Pokébälle hole ich. Alter, wie viele Pokébälle. Aquara hieß das. Sicher Aquara? Wo war der Pokémon-Kampf? War der hier nicht irgendwo? Da vorne. Abfahrt. Alter, das ist aber auch... Ich kämpfe gegen Kindergarten-Kind. Ist das nicht irgendwie Assi? Ich will fünf. Ein Pokémon nur. Kratzer. Kotomi. Püffelmon gut. Kotomi. Genau, das meinte ich. Genau, Kotomi. Kotomi. Jetzt nehme ich dem kleinen Kind auch noch 160 Poké-Dollar ab. Da fühle ich mich schon ein bisschen schlecht. Wir gehen mal hier hoch, was es hier für Pokémon gibt. Ey, das macht schon Spaß, die Welt so zu erkunden. Oh Gott, das war der übelde Lack. Weil man jetzt endlich... Guck mal, man hat so ein bisschen... Bisschen Weitsicht. Man sieht Pokémon. Und ich merke gerade, ich habe den... Drift auf meinem Controller. Den Stickdrift. Muss ich bei mir den Controller wechseln. Aquara. Ich meine auch. Hieß es wirklich Aquara? Ich weiß nicht, ob es so rüberkommt, aber die Frames brechen echt krass ein. Hier gibt es irgendwie nichts Neues mehr. Oh, yes. Das ist doch was Gutes. Ausdauer. Scheiße. Die drei mache ich mal fertig. Was? Er hat es nicht geschafft. Ich frage mich, ob es am Level liegt oder ob es da auch um den Typ geht. Das können wir uns vorstellen. Das ist nicht. Püffelmon, danke für den Follower, mein Besser. Ich hoffe, du durchlebst hier die komplette Story mit mir. Ey, die Weits nicht gefällt mir. Also was die Pokémon angeht. Man sieht natürlich nicht, alle Pokémon, aber schon eine gute Mägel. Da ist noch ein gutes Item. Ich spüre es. Leando, vielen Dank für den Follower auch an dich. Sternenschauer schauen wieder. Oh Gott, will ich da lang gehen? Da ist noch ein Pokéball. Komm ich hier runter? Ne. Noch ein Pokéball. 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 Will ich hier jetzt komplett lang latschen? Weiß ich nicht. Ich schaue mal. Kannst du schon spielen? Äh, weil ich das Game früher bekommen habe. Trank. Oh, 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 wen haben wir denn da? Hallöchen, dich brauche ich. Gibt nur eine Truhenform. Ich meine, das ist die Weiterentwicklung oder nicht? Irgendwie habe ich keinen Ton. Habt ihr auch keinen Ton? Ah, ich habe gar keinen Ton mehr. Irgendwie ist der Ton weg, kann das sein? Aber... Ich starte gleich mal das Spiel neu. Hier kannst du jetzt schon spielen, weil ich das Game schon habe. Ton weg, ne? Ist gerade mein Pokémon gestorben? Ja, ist es. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Bug ist oder ob es an mir liegt. Ich gucke gleich mal. Ich will es ja eh nur fangen. Flamingno. Flamingno. Ist noch nicht verliest. Ja, ja, digital sowieso nicht. Ich nehme mal kurz die Switch raus, ob es an der Switch liegt. Ne, Switcher Ton. Also liegt es am OBS? Ah, da haben wir es wieder. Ah, da ist der Pumio. Perfekt. Flugkampf. Spannend. Das nehme ich ja mit ins Team. Du kommst. Ah, was nehmen wir weg? Tarundel. Weg mit dir. Flamingno. Moin, San Gohan. Cooler Name. So, Flamingno am Start und Dingsbums im Arsch. Heilen. Kann nicht auf einen Kampf umfähiges Pokémon angewendet werden? Okay. Aber ich habe einige Beleber gefunden. Das hauen wir mal da rein. Dann machen wir hier noch Autoheilung. Abfahrt. Geil. Nächstes neue Pokémon. Jetzt habe ich 20. Jetzt können wir uns den Dings wieder angucken. Den Battle Pass. Battle Pass. Wo war das nochmal? War es hier? Die Superbälle. Wie viele? 10 Stück. Als nächstes gibt es einen Donnerstein. Uh. Geil. Bei 30 ein Donnerstein. So, hier war doch noch irgendwo so ein gelbes Item, oder? Habe ich mich verguckt. Da unten ist eins. Weiß ich. Aber ich kann doch nicht übers Wasser, oder? Ich kann doch nicht durchs Wasser. Ja. Da ist noch ein Pokéball. Da ist ein Trainer. Den hauen wir doch mal weg. Da gehe ich jetzt gleich runter, weil sonst komme ich hier nicht mehr hoch. Also komme ich schon mal mit vollem Umweg. Bin in der allerstärksten Südlichtzone 1. Ist alles klar. Hau rein. Bestimmt schnabel die Oma ein. Ich bin gespannt. Geil. Wuffels. Ich bin gespannt, wie die Weiterentwicklung von Flamingo aussieht. Bestimmt cool. Bekommen immer noch alle Pokémon im Team XP? Ja. Ja, finde ich auch Pfeffelmon. Sieht echt cool aus. Ich glaube, das hat eine, ja. Ich könnte jetzt in den Elite gucken, aber... Ich meine, ich erinnere mich daran, dass es eine Entwicklung hat, ja. Als nächstes Ferkoli. Abfahrt. Kann man das ausstellen? Maybe habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Ich lasse aber auch einen, weil... Das ganz gut ist, wenn du... Ähm... Den Pokédex vervollständigen willst. Dann kann ich alles passiv... Äh... 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 Ich wollte sowieso so ein Hundeteam machen. Mit Ghost Dog. Das ist zwar eine Katze, aber das geht. Wolverog wäre cool. Gibt ja einige Hunde. Akani. Hundemon. Nein! Aus Versehen. Nein gedrückt. Das macht aber nichts, weil es gibt jetzt eine Funktion, wo du jederzeit deinen Pokémon und alle... Äh... Äh... Attacken beibringen kannst. Das kann ich dann gleich direkt mal ausprobieren. Hallo. Hallo, Manni. Wie ist das Spiel? Ich bin tatsächlich positiv überrascht. Schlick da hat Fertigkeit ersetzt. Also keine Panik. Nee, Zauber-Dingswurms. Scanner. Äh... Zauberblatt wollte irgendjemand da lernen. Und ich meine, es war hier meine Felino, wie das heißt. Ich bin wohl der... T-Taus 920 Poké-Dollar. Boah, gegen den kämpf ich nochmal. Puponcho. Weiß jemand, ob das schon die Endentwicklung ist? Da sind noch zwei Pokémon. Weiß das jemand? So. Bericht. Wo geht das? Attacken? Attacken verwalten. An alte Attacken erinnern. Da, Zauberblatt. Ist zwar auch spezial, aber das trifft halt immer. Das kann gut sein. Für Kratzer. Okay. Okay. Weiß jemand, ob Puponcho... Ist das Mittelding? Okay. Weiß, auf welchem Level sich das entwickelt? Zufälligerweise. Ist das so ein Raupi-Ding? Auf Level 10 oder so. Da kommt noch Vivi Long. Okay. Das brauche ich auch noch für den Pokédex. Felswurf. Kugel. Ey, meint ihr, hier gibt es irgendwo noch Wuffels? Ey, wenn ich jetzt Wuffels hier schon finden würde, dann wäre das so huge. Level 12, 14. Okay, dann lassen wir es auf jeden Fall noch drin. Äh, was ist da? Ach, guck mal, da ist schon wieder das Ding. Gierspinstmünze. Damit kann man bestimmt später was machen. Man muss die bestimmt alle sammeln. Und am Ende kannst du den fangen und dem dann die Gierspinstmünzen geben. Und bei 10 Stück entwickelt er sich. Irgendwie so. Ich muss sagen, ich finde es richtig geil. Das Startgebiet ist so groß, weitläufig. Und es gibt doch viel zu entdecken und viel zu finden. Schade, dass man nicht durchs Wasser kann. Aber das hat halt dann so... Dann hat man halt einen Grund, wieder hier hin zu kommen. Da ist schon wieder eins. Alter, ist der klein. Habe ich fast nicht gesehen. EP Bonbon XS. Irgendwie ein Crocs aus Zelda. Ja, ein bisschen, ne? Schöööön. Oh, das war dumm. Mal eben Pokémon. Und ich wechsle mal eben den Controller, weil der Drifter geht mir übel auf den Piss. Das war übel nervig. Das war übel nervig. Hey, verbinde dich, du Sack. Geh doch. Boah, Mann. Ich will auch im Wasser schwimmen. Dieses Grimmigool hat zwei Formen und eine Weiterentwicklung. Ah, okay. Oh, was haben wir denn da? What the fuck ist das? An diesem Ort wurden die Unheilstafeln versiegelt. Aha. Da ist der Atomhüll drin. Ey, Wuffels wäre so stark, wirklich. Alter, war das ein Leck. Ein Huge-Lag. Ah, das ist aber Wonaira. Das brauche ich. Oder? Ist das Wonaira? Oder ist das wieder Fluffeluft? Ich bin verwirrt. Die sehen irgendwie gleich aus. Wonaira. Das ist selten. Ich werfe direkt einen Ball. Wenn es nicht drin bleibt, werfe ich einen Superball. Scheiße. Ich traue mich nicht, einen Tackle zu machen. Ich will das halt nicht killen. Denn ich weiß, die haben viel Verteidigung und viel Leben. Wahrscheinlich wird der Tackle sogar aushalten. Boah, gibt das viel Erfahrung. Wenn wir nochmal so eins sehen. Auto-Battle-Funktion. Oh, 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 oh. Was Gutes? Psy-Strahl. Das ist gut. Das ist tatsächlich gut. Was? Noch was? Säure-Speyer. Das kenne ich gar nicht. Ist das gut? Säure-Speyer? Ist das neu? Oder kennt man das schon? Das ist gut. Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh-Fuh. Neu sind aus der Entfernung. Gutes verwechseln. Ja, ist so. Gerade nicht sicher. Ja, ich auch nicht. Ich kenn's nicht. So, mal hier zu den Ruinen, da vorne ist wieder ein Trainer, das sehe ich da schon. Das ist wieder so ein Gedöns von Fang-Eckig-Saison, schleich dich an, nein, nein, gibt es nicht. Also nicht, dass ich wüsste bisher, da habe ich noch nichts von gesehen. Es gibt einen Battle Pass, das war's. Guck mal, wen wir hier wieder haben, da muss die wieder... Fünf! Kon-Fu-Strahl, auch gut. Traumato, komm ran! Vergiftet einen umachtsschaden, das wäre gut, ne? Level 4. Ich glaube, ich habe noch nie so früh einen Game Traumato gefunden. Ey, sind wir gleich nicht im Battle Pass wieder eine Nummer weiter? Gibt es hier noch was geiles? Felino, ein Gegner. Also noch richtig weit bin ich noch nicht gekommen, ne? In anderthalb Stunden. Aber es macht so Bock, dass sie alles zu erkunden. Das hätte ich auch... Uh, der ist neu! Der ist neu! Wenn ihr eine Flugattacke habt, bin ich tot. Schädigt das Ziel und senkt Spezialverteilung zwei Stufen. Save zwei Stufen oder nur... Vielleicht zwei Stufen. Das ist ja huge. Zwei Stufen immer. Leider gehe ich mit dem hier nicht auf Spezial. Ist cool, ne? Man kann jetzt hier so auch drehen und so. Kann sich sein eigenes Pokémon angucken. Man kann voll rauszoomen. Ja, ist schon cool. Krawolloro. 117. Schmeckt. So, gibt es hier noch ein geiles Psycho-Pokémon? Oh, da ist nochmal so ein Gearspinst. Vier. Boah, dass die Kamera so langsam ist, geht mir echt auch um... Oh! R3, kann man die Kamera rauszoomen? Geil. Da ist noch einer. Ich habe schon vier Stück. Bestimmt kann ich den gleich beschwören und fangen. Als ob es hier nur Traum... Wie kommt man denn da oben hin? Als ob es hier nur Traumato gibt. Mist, ey. Hier war irgendwo noch ein Trainer. Mal vergessen wo. Okay, ich würde da mal jetzt weitergehen. Ich glaube, ich habe hier den Bereich komplett abgesucht, oder? Wo ich den Trainer noch gerne finden würde. Ich meine, der war hier irgendwo an der Wand. Und... Habe ich irgendwas gesehen und bin weg. Oh, Chi. Ein Wasser-Pokémon. Egal welches Wasser-Pokémon. Ich habe einige Wasser-Pokémon. Was nun kann ich... Oben von dem Felsen mit Akroner-Röber-Station im Podest. Oh, das ist gut, gut, gut. Dank für den Tipp, Chi. Was ist das denn hier für eine Armee? Noch so ein Ding und du wirst weggebannt. Weil die Mobbertruppe... Ist so. Die ganzen Hopspros haben Azuril gemobbt. Ich werde hier geprankt. Was soll das? Das war der Trainer von eben, ne? Den hatte ich schon. Vielleicht will der ja nochmal kämpfen. Der hat ja einen Wuffels. Voll gemeint. Ich will auch einen Wuffels. Boah, bin ich froh, wenn wir auf diesem Pokémon reiten können. Das ist ja alles so weitläufig. Ich meine, es ist gut, dass es weitläufig ist. Aber es dauert halt lang, um hier lang zu latschen. Hast du den Vogel schon? Datiri meinst du? Ja, den habe ich. Und... Flamingen-Kno habe ich auch. Können wir kurz den Battle Pass gucken. Ah. Sieben noch. Ey, Wuffels hätte ich echt gefühlt. Gibt es hier bestimmt. Warte, man kann sich doch das Habitat angucken. Hier sehe ich nur die Bekämpften. Die Bekämpften. Ne, auch die... Äh, nur die Gefangenen. Auch die Bekämpften. Wuffels. Lebt im Gebirge. Gibt es hier nicht auf Vogel-Pokémon? Ja. Ah, guck mal. Eine. Okay, ich würde sagen... ...nach oben zurückkehren. Wir gehen jetzt mal hier zum Pokézentra. Das ist ja ein eigenes, verstehe ich nicht. Das ist ja ein eigenes, verstehe ich nicht. Wuffels wieder zu Ende. Ich nehme die Bekämpfelproduktion. Wir gehen jetzt aufgendeine... Dann werden die Bekämpfung Mal. Oh, nein. Und so schauden wir mit dem Glashen. Du bist in die Bekämpfung mal. Du bist ins Kille. Das wäre schon. Ich drehe von zwei Wuffels. Wuffels. Und so ein Wuffels. Wir gehen jetzt über die Bekämpfung. Ich kann das ein Wuffels. Ein Haufen Poké-Materialien. Da. In einem Autokampf bestimmen die Stärke und der Typ. Deswegen habe ich hier eben auch gegen so ein billiges Datir auf Level 2 verloren im Auto-Bettler. Werden wir jetzt erstmal heilen. Um Rat fragen, Geburtstag kriege... Scheiße, ich hätte heute einen geben sollen. So, was kann man hier machen? TMs herstellen. Scham, Lehmstelle herstellbar, Fusskick herstellbar, Psystrahl, Säuselstimme... Das war's. Lehmstelle... Säuselstimme! Trassler-Material. Wieso habe ich Trassler-Material? Ich habe doch noch gar keinen Trassler gefunden, gesehen. Scheint hier die erste Stadt zu sein. Gehen wir mal kurz hier hochgucken, ob es hier was geiles gibt. Ja, gibt's. Haufen machen wir schon was. Ja, ja. Da wird es wahrscheinlich dabei gewesen sein, ne? Bei dem Haufen. Was heißt das, dass es hier irgendwo Trassler gibt? Monaira. Oh, wieder bekämpfen. Es gab nicht so viel. Metallklauer. Da muss ich es wahrscheinlich so richtig bekämpfen. Oh, stimmt. Ja gut, aber so hast du halt wenigstens... Du hast erstens die Auto-Battler-Funktion, was es natürlich einfacher macht. Das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, wieso es dir diese Funktion gibt. Und... Du musst ja nicht andere TMs herstellen. Also... Geh weiter, das brauche ich. Komm her. Komm her. Na komm. Und was ist das Ding da? Komm her. Das ist dieses Affending. Wir müssen Bälle kaufen. Affiti, genau. Das ist Affiti. Raffiki. Einfach ein Kopfhör. Raffiki, Raffiki. Das nehmen wir ins Team. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich raus tun soll. Du gehst raus. Mann, das Geweiher brauche ich. Komm her. Komm her, du Blöder. Hups. Habe ich jetzt platt gemacht. Das Geweiher wäre echt gut. Schön für den Pokélex. Ein Mobai. Mach mal nicht Auge. Hehehe. Ein Mobai. Ein Mobai. Was ist los? Ich spiele Purpur. Wieso? So. Haben wir Raffi schon? Haben wir dich schon? Nee, oder? Noch mal nicht. Einfach so? Okay. Ich muss Pokéwelle kaufen. Ja. Die 30 waren wir auch noch voll. Ich frage mich, ob ich einen Hunduster kriegen könnte, wenn ich nochmal in diese komische Höhle gehe. Schade, dass ich jetzt nicht schon eine Psycho-Attacke kann. Höhle 5. Ah. Knapp. Höhle 5. Ah. Knapp. Hausmeister. 50k Zuschauer aktuell bei Pokémon. Ich wusste gar nicht, da gibt es noch andere Deutsche, die das gerade streamen. Ich habe tatsächlich gar nicht geguckt. Ich bin direkt online gegangen. Wie ein Süchtiger direkt online gegangen. Jede Menge reichlich. Ja, da denke ich mal hat sich die Frage nach. Kann ich ja schon dir das streamen. Hat sich die Frage auch verübrigt, ob man gebannt wird, ne? Streamen ist nur was anderes als ein YouTube Video. Oh, was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Einfach mal eben unter der Welt gewesen. Aber da freut es mich natürlich, dass ihr bei mir seid. Und bei mir zuschaut. Hunduster. Ich kämpfe weiter. Hunduster wäre echt cool. Der Bar hat überzeugt. Biss! Kratz-Furier. Mein! hi xerox 50 50 50 50 prozent sehr gut 50 prozent nicht so gut und kreativ in laden gehen und kaufen sonnenkern habe ich noch nicht habe ich aber kann jetzt starten kann ich sein du hast die cartridge mit cartridge kannst du starten ihr habt die gezahlversion ab 0 uhr danke wir müssten gleich bei 30 sein 27 dann gibt es den donnerstein da muss man gar nicht in der stadt so richtig umgeguckt obwohl ist das überhaupt eine richtige stadt ich sollte mal wenigstens mal einmal durchladen und gucken es gibt es gibt links und rechts immer so viel zu gucken und zu sammeln nachdem ist ein geiles item kraft vorrat pokbälle kaufen danke hängen danke hängen danke gut 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 gespielt trassler das muss jetzt noch sein mahlzeit salty trassler ich hatte noch nie so früh in dem pokémon game so viele pokémon fast 30 pokémon haben wir jetzt was männlich oder weiblich jemand aufgepasst ich denke mal hier so hoch kommt man dann erst später ne ja so und gohan vielen dank für den follow mein bester viel spaß mit den emotes so zum bälle kaufen genau da ist ein taurus war männlich danke 30 stück wieso 30 stück ich hätte wetten können man kann sich hinsetzen red kraft maxi kraft stahl eikraft eikraft fangkraft elektro fangkraft wasser ep kraft das heißt ep mehr erfahrungspunkte gibt es was für pflanze pflanze fundkraft pflanze eikraft mini karten mini kraft fangkraft 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 pfangkraft ein kraft pf pf geil waren alle schon für läuft doch schon recht pokémon ja ja echt krass können wir kurz gucken ab 30 haben wir wieder ein kriegen wenn donnerstein wo will ich überhaupt lang nach rechts gehen wir den rechten weg oder geben den oberen weg würde sagen wir gehen oben lang man kann leider nicht in die häuser rein das habe ich schon gehört da sind noch mal geweyer komm her komm her teriyaki eis hört sich reudig an gab es da teriyaki eis ich habe gar nicht auf den namen geachtet hallo komm her willst du kämpfen haben schon gekämpft glaube ich scheiße ich bin süchtig es war echt bock und es ist noch nichts passiert purmel habe ich schon hier gibt es bestimmt was hier gibt es nichts komm wenn es hier hoch geht müsste doch da oben vielleicht ein wuffet sein da stand doch gebirge weg mobile viele wasser pokémon mach sie fertig wieder stern schauer aber immer nur so schmutz ob das später noch besser wird also das war jetzt bestimmt der 20 drang die ich einsammele doch schon wieder eine gang alter kennt man das ich glaube man kennt oder doch glaube ich kenne das vom pokémon go oder koreo koreogel abfahrt kann sammeln musste ich kaufen stimmt auch wieder sonne und mond ist das da erkenne ich das nicht sonne und schmutz game gibt je nach nektar andere typen ok werde ich nicht ins team packen ich werde ein hunde hunde team machen so ein hunde katzen team ruckzuck gibt das nämlich doch verpsychoelektrophäe meine ich gut zu wissen 29 ein wofels wäre so geil aha wird gekämpft wanderin luisa bummels auch cooles pokémon nein ich gehe da dieser bizeps von ihr ja es hat mich auch ein bisschen verwirrt der körperbau verwirrt mich ein bisschen von ihr vielleicht sollte aus der wanderin mal ein wanderer werden oder die sind hier schon so weit mit transgender oder so ich weiß es nicht ich will mich auch nicht so weit aus dem fenster lehnen die wand macht ja sinn mein pokémon gehören würde sich schon arg täuschen wenn es hier nichts gäbe da unten geht es ins wasser klar können wir aber noch nicht rein aber hier ist safe was würde ich alles drauf wetten das bin ich im stich hier ist einfach nichts hier ist einfach echt gar nichts das hätte ich nicht gedacht scheiß scheiß level design eine tolle aussicht ja geht so ne am meer habe ich das wasser noch so gelobt hier ist das wasser wieder meh nicht so ich bin halt die im japanischen gesagt hat sie haben schwarz gehört also manchmal trans spruch in pokémon ah krass wusste ich nicht so wann finden wir das paldea despoter das hätte ich jetzt gern salty auch danke an dich für den follow hier waren wir eben so weiter geht's es fuckt mich übel ab sonnenkern wenn ich jetzt laufe und die kamera nach rechts mache geht die kamera automatisch wieder hinter mich das ist ja übel nervig man ist die ganze zeit beifahrer ich hasse sowas in games und so wie ich das gesehen habe kann man das auch nicht ausstellen ich guck nochmal kannst ja nichts einstellen nervig ich bin offline soll ich mal online gehen mit internet verbinden ich bin jetzt schon zu erwerben ja einfach in einen laden deines vertrauens gehen und fragen ob du das game haben kannst jeder laden hat er schon wir dürfen es halt erst ab morgen verkaufen ah das ist wieder das sproxy das ist noch ein trainer lieferant einer von lieferando den machen fertig micro micro one hit ich glaube Philori entwickelt sich gleich schon er wird 15 nicht mehr viel nicht mehr viel fehlt guck mal hier ist nochmal so ein Gierspinst hallöchen eine Gierspinstmünze ich muss mir mal kurz angucken was da steht bei Gierspinstmünze hier ist es hier mit bei da die Gierspinstmünze die Gierspinstmünze die Gierspinstmünze ein Eifrig einsetzen ah damit kann ich irgendwelche TMs herstellen auch okay ein 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 ich komme nicht drauf ah Pachirizo scheiße ich hätte drauf kommen können ah Piffinmon wusste das natürlich wieder bei dir ist der Name Programm ja ich kenne leider nicht alle vor allen Dingen so alles was so etwas neuerer ist Pluslo Minon hätte ich jetzt gewusst Pachirizo ich glaube dann sahen wir auch die 30 2007 ah ich habe nichts gesagt gefangen 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 30 Donnerstein was gibt es als nächstes bei 40 10 Hyperbälle oh ist gut kurz ein Piffi aber Piffi was soll Piffi denn noch heißen ja hier macht vieles keinen Spaß für die Augen hängen darfst halt nur mit halbem Auge hingucken also nichtmals mit einem am besten nur mit einem halben Augenklappe und dann Auge noch zukneifen hat hat man merkt richtig dass hier und da Bugs sind ich habe jetzt bestimmt schon dreimal durch eine Wand geguckt oder durch einen Trainer durch Sondermobon schon das zweite das ist nice oh da ist was da ist was Gefertrott komme ich da hin ich weiß gar nicht wo ich hin gucke wieso ist hier kein Pfeil in welche Richtung ich gucke gerade aber ich glaube ich komme da nicht hin das ist dieses Gebiet hier oben guck mal kann ich da hinfliegen theoretisch ist da nicht grün der Pfeil ist da nicht grün der Pfeil könnte sein ne wir testen das mal ich gucke in die andere Richtung ne ne grüner Pfeil ist Norden ich glaube immer das was nach oben da ist die Kamera ah ihr seht das nicht aber da wo ich hin zeige da ist dieses Kamerasymbol jetzt guck ich guck man guckt immer nach oben oder da ist die Brücke ich jetzt weg mache ist da die Brücke ja ok gut ach Mensch ich hätte so gern Wurfeltier gefunden hm 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 ja 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 hm ja Mhm. Komm, gib mir wieder 2k. Ah, 600. So, hier will ich mir eben testen, wenn ich richtig gegen den kämpfe, ob das mehr Erfahrung gibt. Weil die Erfahrung lasse ich mir nicht entgehen, das waren eben 100 oder so. Wie gibt das? 40, okay, das lohnt sich nicht. Ich dachte, das lohnt sich wohl. Scheiße, wo Naira? Ist voll nervig, weil man muss immer voll nah rangehen, weil es könnte ja sein, dass noch was rein poppt, was Interessantes. Alter, was wollt ihr? Der Mobber-Trupp verfolgt mich, ja. Guck mal, hier sind immer so Mobber-Trupps. Guck mal hier, das ist ein richtiger Mobber-Trupp. Guck mal, wieso... So, der ist jetzt auch ein bisschen geschwächt. Hier habe ich zu. Aber er schafft es nicht gegen so einen Hauptspross. Der ist jetzt 15. Hm. Die Heilung war gerade auch echt schlecht. Von mir. Na, hast du Spaß am Kämpfen? Wenn du gewinnst, kommst du einen fantastischen Preis. Donnerwelle. Aha, wenn man gegen alle Trainer kämpft, was schwierig ist, weil man die halt nicht von überall sieht, dann kriegt man was. Okay, gegen den habe ich schon. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier... Es geht hier gar nicht rein. Hier ist zu. Oh. 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 Riecht Bock, die machen wir richtig fertig. Bestimmt hat die immer noch nur ihr Quacks. auf Level 6 oder so. Das Tor öffnet. Ich glaube auch. Und Level? Ich sage 8. Level 8. Was? 8, 2. Ja, Level 8 brauche ich nicht gut. Das Tor öffnet. Wie ihr Ass? Was denn ihr Ass? Was kommt jetzt? Die kann jetzt schon Terra kristallisieren. Darf die das? Das ist schnell wieder. Ja. Die ist nochmal. Ja. Das ist los. habe ich gesehen hat es echt in sich fünf schaden hat richtig weh es ist Me-sa-lohne. Da ist die Animation. Hängen. Oder? Ja, da ist die Animation. Guck mal diese Textur hier. Das ist nicht mal Spanjo-Kazooie N64-Nippo. Das sind 10 Pixel oder so. Aber gut. Ja, viel Copy-Paste habe ich schon gehört. Ja, das wollen wir. Wir wollen in eine Boutique und unsere Uniform ein bisschen aufpeppen. Ja, das wollen wir. Jo, so. Ich bin echt froh, dass die Stadt nicht so weitläufig ist. Und damit ich nicht 10 Minuten brauche von A nach B. Das finde ich echt gut. Ich möchte ein Eis. Ach, ein Ballon ist das. Ich möchte ein Ballon. Mano. Okay. Man darf den Blick echt nicht schweifen lassen. Man wetten, man kann hier nicht rein. Das ist das komische Kaffee, ne? Da will ich nicht rein. Ich trinke keinen Kaffee. Ich bin noch minderjährig. Da ist der Eisladen. Ich will ein Eis. Ist das wieder das gleiche? Gibt es irgendwas? Da. Fundkraftpflanz. Ne. Ich will mir gerne was... Was, was... Was hier? Wer sitzt der da? Also guter, gerader Rücken. Wieso lehnst du dich nicht an, Digga? Aber was machst du mit deinen Händen? Oh Gott, das ist creepy. Seine Hände liegen auf... Sein Bein. Ihre ist auch okay. Okay, aber was ist mit ihm? Das ist echt irgendwie ein bisschen gestört. Aber gut. Ist das so auch. Hier oben ist noch so ein Saftladen. Eine Sodamaschine. Nix. Sandwiches. Gut für Eier. Noch ein Kaffee-Laden. Was ist das? Ein Chines oder was? Kostengünstig. Ach, man kann da gar nicht rein. Man kriegt nur so ein... Anhalt. Das ist echt schlecht. Das ist leider echt schlecht. Maxikraft. Was ist Maxikraft? 1.600 ist auch echt arschteuer. Ich habe ja keinen Bock in jeden Laden zu gehen. Ich scheiße jetzt erstmal drauf. Er wollte nicht über die Grafik reden. So muss ich denn lang. Oh, was mit dir? Nö. Ja, Helgen hat nicht ganz unrecht. Nochmal Eis. Ist hier ein besseres Eis? Das ist immer das gleiche Eis, so eine Verarsche. Oh Gott, so. Also eben habe ich die freie Welt noch gelobt. Aber hier, das ist ja so leer. Hier gibt es ja gar nichts. 1.000 Läden. Oh Gott, ist das unschön hier. Das ist ja... Also das... Okay, let's talk at me. Hier gibt es eh nichts zu tun. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es hier... Hallo. Hier habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas Cooles zu entdecken gibt. Das war der dritte Sandwichladen. Boah, bin ich froh, dass ich hier nicht wohne. Stellt euch vor, ihr wohnt hier. Alles wie geleckt. Hier kann es vom Boden, vom Boden essen. 120k Zuschauer. Ey, wie sind die 120k nicht bei mir? Diesburg ist schöner, ja, gefühlt schon. Ey, die hat einen coolen Rucksack. Ey, ich habe aber gar nicht jetzt einen Laden gefunden, wo man sich umziehen kann. Ey, ich habe gar nichts zu tun, wo man sich umziehen kann. Wer ist ein einziger Lake? Das stimmt. Da muss man darauf achten, alles was 10 Meter weiter weg ist, die Figuren bewegen sich mit 2 FPS. Die Daumenkino. Ey, bin ich jetzt vergleich bitte Level 16? Passt. Wechsel dich. Ja. Da darfst du nicht darauf achten. Wir dürfen hier nicht, also ich kann nicht hier die ganze Let's Play auf die Grafik achten. Dann werde ich irre. Wir dürfen hier noch nicht, also ich meineisenägele. Ich komme dos Mal. Ja, bin ich. Da besser. Well, es ist wichtig als ich eigentlich inannya, also etwas überzuspricht. Ich hoffe, erệu wir nachsch effekten, lernen doch vielen Dank. Also, ich hoffe, wir sehen uns jetzt einen Mainz. Ich teste den Laabszeit auf den Ba Pik. Und dann gehe ich auf den Bausen und Etemen. ... und dannschce überteinst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich gehe einmal rum, oh, der Hoffnung. Oh Gott. Ich hoffe, dass es da irgendwie ein geiles Item gibt oder so. Wahrscheinlich einfach wieder leer und nichts. Ah, ein Item. Bestimmt ein Pokéball. Heilball. Das ist cool. Andere Seite auch noch gucken. Oh Gott, guckt euch die FPS da von dem Mädchen. Aua. Ey, die haben wuffelt. Das war sogar auf Gameboy flüssiger. Hey, schön, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Und... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich hoffe, das war ein Kapper von dir, Hank. Oh Gott. Nee, das meinen die nicht ernst. Nee, das meinen die nicht ernst. Also, dass das durch die Qualitätskontrolle geht, das verstehe ich nicht. Ich muss mir gleich die Augen zubinden. Ja, ich muss mir gleich die Augen zubinden. Ich muss mir gleich die Augen zubinden. Ey, jetzt muss ich wirklich... Jetzt muss ich wirklich zur Schule? Das finde ich ganz schön unschillig. Alter, der oder die haben ganz schön lange Haare. Die. Da ist ein Riolu. Da ist ein Riolu. Ein totes Tier. Da ist ein Riolu. Untertitelung des ZDF, 2020 Shadow, ja, habe ich eben auch schon gesagt, ist ein guter Schritt nach vorne. Okay, es gibt Pflanze, Elektro, Eis, Geist, Normal, Wasser, Käfer, Fee. Psycho nicht, Fee sicher? Sausie Fee. Da ist ein Riolu. Was werde ich haben? Fee ist dieser Stern? Okay. Hm. Moin, dein ist live. Das ist schon ein Ja-Sager. Achso, Shadow, ne, ne, dass wir den FPS-Drops ist oft. Also Schatzsuche finde ich am dürfsten, muss ich sagen. Die mache ich auch als letztes. Auf die Schatzsuche habe ich gar keinen Bock. Ich will erstmal die Arenen machen, dann machen wir Team Star, wenn das nicht nebenbei, nebenher geht. Und dann die Karütze hier. Die Switch kam ja, ja, ja. Ach, die Switch wird gar nicht ausgereizt. Das Problem ist so, wie sie das Programmieren ist, ist halt einfach nicht gut programmiert. Ich denke schon, Püffelmann. Ich denke schon, Püffelmann. Und direkt geheckt. Die Schatzsuche haar, wie sie mitmachen kommen. Ver sure, Sie sind gut. Ich denke schon, bei ihr haben Eines betreffen was Tetre Dilberrihr. Weil das numero Basiert wird nicht gut depth gemacht. Ich denke schon, Püffelmann. Entschiedahl aber mal. صل elementary. Ich habe vor ein paar Wochen Xenoblade 3 auf der Switch Let's Played Und da ist die Grafik auch draus mal besser Also die Grafik nicht unbedingt Doch die Grafik auch Aber auch die Performance vor allen Dingen Guck mal das Kind hinten Es wird einfach gemolken Das ist das Problem für Firmen Die melken Pokémon bis zum G 景覆 Schmeier. Okay. Vielen Dank. Ich habe letztens schon mal gesagt, was ist, wenn wir alle im VR Modus sind, also wirklich alle mit VR rumlaufen und alles in 3D und alles mögliche so in 20 Jahren, da muss, wenn es dann noch Pokémon gibt, was ich denke, muss Pokémon ja diesen Schritt auch gehen. Ich habe jetzt schon mal gesagt, was ich denke, was ich denke, was ich denke, was ich denke. Ich denke, was 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 ich denke, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Scheint kann man jetzt darauf reiten. Du bekommst morgen erst geliefert. Dann lehn dich zurück, guck ein bisschen zu, aber nicht zu viel, damit du nicht zu viel gespoilert wirst und viel Spaß. Wir haben auch noch nicht so viel, also eigentlich haben wir noch nicht viel gemacht, wir sind die erste Route in die erste Stadt gelaufen, aber ich bin so viel nach links und rechts gelatscht und habe die ganzen Pokon gefangen. Ich wollte auch erst Kame sehen, habe mich aber in letzter Sekunde umentschieden wegen des Porter. Kame. 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 FUTURE DESPOTA ISN KUPO Sehr gut, Zolti. So nämlich. So geht das. Alles richtig gemacht. Ich habe auch morgen Urlaub. Ich werde heute durchstreamen, bis ich hier vor Erschöpfung umfalle. Okay. Okay. Milliganta. Vielen Dank für den Follow. Ey, bitte sag mich, ich kann jetzt auch reiten. Das würde alles so viel einfacher machen. Okay. Okay. Chora. Okay. Chora. Okay. Oh, Mann, ey. Ne, die neue Generation hat schon ein paar coole Sachen. Hat schon ein paar coole Pokémon, also Ghost Dog finde ich richtig nice, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut, Ghost Dog gefällt mir sehr. Bitte, ich kann nicht mehr, lasst mich in Ruhe, ich will los. Ich muss mich jetzt entscheiden, was ich mache. Wir machen auf jeden Fall die Arenen, oder? Leute, Arena, oder? Falls man sich jetzt entscheiden muss, mache ich die Arenen. Ja, Arenen macht am meisten Bock. Also, ich kann nicht mehr. Ja man, sieht übel sick aus. Ja! Ja! Geil! Abfahrt! Geil! So, wer erinnert sich jetzt an das Item von Forz 2 Stunden, wo ich hin wollte? Besten ist links, ne? Ich will erstmal da raus, wo ich hergekommen bin. Aber vielleicht fliege ich dahin besser. Ich glaube, ich fliege am besten. Ja, lass mich in Ruhe. Das war doch hier... Wo sind wir nochmal hergekommen? Hier war das irgendwo, ne? Ne, hier. Direkt am Anfang. Hier hoch. Ich gehe nochmal ganz zum Anfang. Ich glaube, das lohnt sich. Ich glaube, das lohnt sich. Ist das jetzt viel schneller? Das muss doch gehen. Geht doch. Hat noch nichts gebracht. Okay. Speed Boost? Äh, bisher noch nicht. Ich kann bisher nur springen. Oh, scheiße. Cursor vielleicht drücken. Ich versuch's mal. Nö. Das war... Das war das. War das nicht hier? Ne? Da war das. Aber da komme ich nicht hoch. Oh, das ist zu hoch. Ich will hier unten Hunduster haben. Ja, Mann. Hunduster. Level 3 Hunduster. Ja. Ich bin bereit für die ganze Welt mit der Zeit auf mehr weiß ich auch nicht. ja fliegen und schwimmen denke ich mal. Und stehe. Und stehe. Und stehe. ins team. Scheiße. Ich weiß halt nicht wann sich die ganzen Dinger entwickeln. Ich lass das Hundluster erstmal in der Box. Ich will, dass die ganzen Dinger sich entwickeln, damit ich die ablegen kann. Ich habe nichts gegen Verbrennung. Das ist schlecht. Ich wollte aber eh nur das Hund duster. Ich könnte jetzt auch wieder raus. Ich gehe mal weiter durch. Zwei Poké-Bälle, sehr gut. Oh, Hund duster, weg. Nein, weg, weg, weg. Habe ich Hyper-Heiler? Muss ich gleich nochmal gucken. Feuerheiler habe ich sogar. Geil. Erklebt mir jemand, was hier los ist? Clip bitte. Einer ein Clip machen. Wir wollten nichts mehr zur Grafik sagen, Leute. Also nichts. Ich will nichts hören. Hier ist alles normal. Hier ist alles normal. Hier ist alles so, wie es sein soll. Ich will nichts hören. Ich lese es mal. Ja, ja, ja. Ich weiß aktuell nicht. Ist das schneller? Ja, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen schneller, ne? Ups. Ich weiß, dass das bei Arzois auch so war. In Höhlen, wo du lang geflogen bist, bist du ganz oft out of bounds gewesen. Okay. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwo noch hochspringen kann. Es gab aber diese eine Stelle mit dieser, wo die ganzen Traumatos waren. Schon wieder Sternschaue. Na, mit den ganzen Traumatos. Wo war das denn? Hä, wo war das? Einmal bis hier hinten hin. Südzone 5. Hier ist ein Pichu. Da oben drauf. Danke für den Clip, aber du kannst ihn hier nicht reinzenden. Hier gibt es einen Pichu und so einen Flapfel, wie das heißt. Hä? Also, ich verstehe die Karte nicht. Guck mal. Wo ist es denn jetzt? Hä? Da oben drauf. 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 Toll, Poké wieder weg Ey, die Dinger sind alle so winzig Man sieht die fast nicht Schade, da wäre ein Pichu gewesen Und ein Flapfel Ja, dann gehen wir mal nach Westen Können die im Bäum sein? Oh, guter Call, weiß ich nicht Weiß ich tatsächlich nicht Das könnte sein Ja, dann gehen wir mal nach Westen Oh, guter Call, weiß ich nicht Schade, sì Das ist schade, das nicht Das war's Dich Wo kann die mich, will die mich herausfordern? Ich denke mal, jetzt können wir wieder richtig schön Pokémon fangen. Spannend was es hier so gibt, vielleicht gibt es hier Wuffels. Sieht hier bergig aus, vielleicht gibt es hier Wuffels. Ey, wie viel Äther. Oh Gott, habt ihr das gesehen? Was mit der Wand? Voltilam! Oh Gott. Geh fangen! Das Schaf-Pokémon. Oh, Level 12? Vielleicht entwickelt er sich jetzt. Kann ich mir den ablegen? Kein Spitznamen, auf die Box. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich bin mir der Ball von dem Band. Er, wir sind in der Runde zu sehen. Ich nehme die Brauchung. Ich nehme die Brauchung. Ja, Mann! Ich nehme die Brauchung. Ich nehme die Brauchung. Ich nehme die Brauchung. Dann nehmen wir dafür rein Oikapa, da wäre cool, Level 20 Trassler 20 Was soll ich dafür reinnehmen, was entwickelt sich? Pamu wieder Trassler easy Level 20, Level 30 dauert halt lange Der Hundwuster Mit Donnerstein kann ich hier auch noch nichts machen Wir lassen es jetzt erstmal so Wenn die sich alle entwickelt haben, dann tauschen wir wieder aus Ich kann es schaffen Mann Meinst du nicht, ich kann mich da hochglitschen irgendwie? Hmm, ouch von anderen seite machen wir eben den kampf hier akademie schülerin ja Noch ein Bolt hier haben. Noch ein Kämpfer. Da hinten sind so zwei, drei, drei Strahle, das meinte ja es sind so Terra Raids. Soll ich mal in einen reingehen? Vielleicht gibt es da schon geile Pokémon. Ja, let's go, alles klar. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Wie können Sie sich einen Tester Raids versuchen? Ein Knospi-Spieler suchen. Soll ich alleine? Der ist halt auch Pflanze. Ich habe nichts starkes gegen Pflanze. Sollte man es schaffen, oder? Stern 1 will keiner anbeißen, ne? Ich versuche es mal alleine. Ich glaube, man hat NPCs dabei. Wenn jetzt Level 20 ist, ist es schon schwierig. Kriegst du hin? Na, warte mal ab. Trust the process. Trust the process. Alter, die Krabbe ist neu, oder? Was ist das für ein Typ? Stahl, oder was? Oh, Sonne, Mond. Okay. Ich mach mal ein Biss. Ah, Stahl ist der. Krass. Aber es sieht gut aus eigentlich, ne? Sieht eigentlich gut aus. Wasserkampf irgendwie, okay. Kloptopos. So geht der immer auf mich, da? Sack. Boah. Hä? Der ist tot. Boah. GG. Der geht auf alle. Ah, okay. Fang. Ball. Pokéball, meine ich. Boah. 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 So. Boah. Okay. So viel Glitzer. So, was kriegt man denn hier so? Okay Ja, wirklich schnell als Diener Raids, ja Das wollte ich nämlich auch jetzt wissen Wie schnell das geht Ist das Erfahrung? Die haben fast gesehen Ob es das Erfahrung für mein Team gab Ich glaube nicht, ne? AP-Bombes habe ich gekriegt Ja, die sind gut Finde ich auch gut, dass die wieder gibt Damit kann man richtig gut Pokémon auch später trainieren Über den Anerkennhalter sein Ja, das glaube ich Ja, Pokémon war schlimmer einfach Deswegen, das ist mir vollkommen Latte Das wird tatsächlich echt egal Wie schwer oder einfach ein Pokémon ist Mann, es fühlt sich voll so an Als würde es hier Wuffels geben Den machen wir auch Pikachu Da vorne ist das Pichu Seht ihr es Pichu, einer meiner Lieblings-Pokémon Da ist auch noch ein Flabby B Hast du ein Donnerstein? Hast du einen Donnerstein? Stimmt Solty Stimmt Geil Soll ich deinen Dreck benutzen? Was sagt ihr? Let's go Okay Mach ich Dann habe ich Die schon mal abgeschlossen Das ist eigentlich gut Wasserdüse Ne, lass mal So Flabby B Jetzt noch Boah, man sieht so wenig Das ist alles so winzig Soll sich denn mal gut Noch ein Pichu Da ist es Mann ist das klein Mega klein Ja, ja Ey, geht gut Vorher mit dem Pokédex Hätte ich nicht gedacht Das geht echt gut Gucken, wie viel es jetzt gibt Wie viel ich jetzt habe 38 Zwei noch Dann gibt es noch was Dann gibt es die Hyperbälle Dann mache ich direkt Den Dingswumms drauf Annah annah Anball autom 81 Agpass Rim reich auch am start chillig sehr cool ja man mega mega nice so jetzt kann links muss wieder rein ich werde keinen full pokedex machen weil ich habe alles auf schwert und schild ich habe in full schein die decks auf schwert und schild also wird jetzt nicht auf krampf alle pokémon mir fangen mir reicht es wenn ich den pokedex einfach voll habe und dann wird der ganze kack wieder freigelassen na komm mal endlich mal wieder der wind schnitt oh das ist das gut so den terror raid mal reinschauen vielleicht gibt es ja auch wofür sind terror raids hier war doch gerade einer ach weil ich auch gucken wollte wenn es so terror raids gibt da kann ich doch auch hier bestimmt terror raids teilnehmen oder freundskreis terror raid jetzt wo du es sagst ja fehlt ein bisschen ja gerne ausrufzeichen fc das könnte ich auch mal hier mit dazu packen guter sorgs das ist das neue tent Tachar. Das finde ich auch cool. Ich bin echt ein Tentoxa-Fan immer gewesen. Aber mein Team steht schon. Der ist Flug. Sehe ich jetzt erst. Der ist Flug. Alter, der Phil abgezogen. Nimm mich gleich an, Leute. Nein, ich hole den Pokéball. Zum Glück kriegen wir jetzt 10 Hyperbälle. Ja, sieht echt cool aus. Das läuft so auf Füßen. Riecht lustig. Guck mal. Das sieht echt witzig aus. Ich glaube, das Boden giftet oder sowas. Auch gute Typenkombination. Pflanzeboden. Tentagra. So, was ist das hier? Ist das ein Shiny? Mauti. Ein Terra-Mauti. Können Nichte gefangen werden. Ja, das mache ich. Ah, der ist Flug. Ich habe schon wieder vergessen. Mann, ist voll doof, dass der. 15 ist der. Mega stark, ne? Als ob ich dich treffe. Ach, Mist. Ich kann sie jetzt fangen. Vielleicht der Profi-Pokémon-Spieler. Man merkt es. Warblu. Warblu. Altaria ist schon ein cooles Pokémon. Warflug. Sieht man das da schon direkt? Altaria ist Flugdrache. Ja. Und der ist, was ist das Auge? Geist? Ne, Psycho. Wenn der Psycho ist, dann mega. Ne, Fee. Ne, Psycho. Scheint zu sein. Das macht viel mehr Spaß, als die Diener-Raids von Schwertschild. Hier ist ein gerecht Typ. Ja, denke schon. Ach, ich kann das mal. Barblues geil. Ja, Knospi, ja doch Kappels ist schon gut. Wapu auch cool Und was hatte ich da noch? Tentagra, genau Man erkennt das manchmal nicht, ne? Die sind so winzig Ja, die Terra Raids, ey, da könnte ich jetzt Stunden mit verbringen Scheiße Das macht echt Laune Ein Kappels ist hier Äh, nicht ein Kappels Ein Weiß nicht, nochmal Da Ähm Kami Hubs oder so Kami Hubs, boah, bin ich gut Ah, überlebt er einen Biss Bitte überlebt einen Biss Gut Kami Hami Hubs Ich glaube, ich habe jetzt 40 Da könnte ich jetzt die Hyperwelle abholen 5 EP-Bombons bei 50 Hier ist schon wieder so ein Flapfel Kann ich was in den Bäumen machen? Ne Das hängt auch nicht im Baum Muss ja irgendwie so ein bisschen rot sein Ist jetzt auch nicht, ne? Was ist das? Was ist das? Mob-Tiff Unlicht-Dorgo Der kommt ins Team Der kommt ins Team Den will ich Ha Den kriege ich Teddy Flieg und Sieg Pokéball Gibt es hier vielleicht auch den Ghost-Dog Für die, die neu dazugekommen sind Ich will ein Team aus Hunden machen Mit Akani und Hundemon und sowas Mob-Tiff Kein Spitznamen In mein Team, aber klar Flamingo raus Wer weiß, ob sich das entwickelt und wann Soldi, danke für den Sub Danke, mein Bester Viel Spaß mit den Emotes an dich So, wo ist jetzt der Meint ihr Tag, Nacht Ändert auch die Pokémon, die hier sind? Könnte halt auch sein, ne? So, wo ist jetzt dieser scheiß Apfel? Ich sehe den nicht Ich sehe aber auch dieses angebliche Pichu nicht Okay, wir fahren jetzt mal weiter Trug-Trainer Gally-Emotes Dankeschön So, wir wollen einen Terror-Raid machen Zumindest mal reingucken Zumindest mal reingucken, was es da gibt, ne? Das ist Wuffels, oder? Oh, Salty Danke nochmal Für den Sub an Piffelmon Und einen Abend Und einen Abend Monarking Viel Spaß mit dem Emotes auch an dich, Piffel Das ist doch Wuffels, ne? Abfahrt Das ist unser nächster Hund Leo Leufeo Ach, scheiße Stimmt, Leufeo ist es Wenn es der männliche ist, könnte er vielleicht auch ins Team Scheiß, stimmt Schade, ich habe mich so gefreut über Wuffels Monarking, danke für den Follow Scheiße, das ist Leufeo, ja Scheiße Tyro, Leo Wenn er männlich ist, dann könnte er vielleicht mit ins Team Was ist der? Für ein Typ Was ist das? Machst du da Hunde only? Käfer Ich will versuchen, ein Hundeteam zu machen Um Nullo geht's los Geil Hätte ich das Game nicht, würde ich auch um Nullo anfangen Also es ist echt mal wieder ein Pokémon Game, wo ich richtig drauf hyped war Tot! Krass, oder kommt der Starter weg wieder? Mit der Katze Ghost Dog Ghost Dog Kommt rein Diesen einen Hund, den wir gerade gefangen haben Auf jeden Fall Und dann mal gucken, was es noch so an neuen Pokémon gibt Ansonsten Arcani wäre cool Hundemon wäre cool Wuffels ist cool Hefel Hefel ist kacke Hefel fühle ich gar nicht Ich finde den echt, echt doof Der gefällt mir nicht Gucken, ob der männlich ist Es gibt drei neue Hundemons Hunde-Pokémons Ja, die will ich Deswegen mach ich auch ein Hundeteam Ist der männlich? Männlich? Ne, weiblich Scheiße Die sind zu 75% immer weiblich Oder noch höher sogar Okay, okay Dann würde ich mal weiter Gegen den haben wir schon gekämpft Ne, noch nicht Lucario nicht auch Ja, Lucario geht auch Wäre auch eine geile Idee Die Entwicklung von Hefel Sieht noch schlimmer aus Was ist das denn? Plipp Story schon durch? Ne, 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 ne Ich spiele erst seit drei Stunden Krokul ist auch cool Du könntest ein komplettes Krokodil-Team machen Mit Ravigator Vorentwicklung von Wumpitz Ah, stimmt Blipp Wumpitz Ja, gut Gut, dass ich euch Experten hier drin hab Ich wäre so aufgeschmissen Stimmt, Wumpitz Ist ja auch neu Guck mal, da ist er wieder So, ich hoffe, wir finden dann auch bald Ghost Dog Ah, warte Warte, warte, warte Wir können direkt mal kurz gucken Was hat der denn für ein Wesen? Verteidigung hoch, spezielle Verteidigung runter Scheiße, aber Bedroher Der Bedroher ist nice Ich würde den hier auch mal Hä? Ich würde den auch hier fangen Vielleicht hat der ein besseres Wesen Nur zu Pokémon Home? Ja Leider weiß man auch nicht, wann Pokémon Home für Purpur kommt Nur die Standardbox? Welches Wesen hast du? Äh, normal Vielleicht finden wir ja noch ein besseres Wie süß das ist Manche Pokémon schlafen unter einem Baum Februar oder März Ah, seid ihr nicht zu sicher? Du weißt, wie lange es gedauert hat Bei Arzheus und bei Diamant Perl Das kann dauern Innet hoch, Spezialverteilung runter Okay Hier wird Torum für Körper freigestellt werden Ah Ich denke auch, dass das wieder sehr lang dauern wird Befürchte ich fast Vielleicht Oder Ich weiß das ja noch nicht Aber vielleicht kann man ganz am Ende auch die Pokémon wieder so krass Ein Makuhita So krass trainieren, dass das jetzt vollkommen egal ist Welches Wesen das Pokémon hat Da hole ich mir später so eine Hardbeere und dann reicht das Ich denke, ich werde jetzt nicht auf Krampf hier die ganzen Oha Wesen wir suchen Erstmal nochmal die Story durchspielen Und dann Und dann mal gucken, was es da gibt Ach komm Was? Wie oft geht das? 25 Mal oder wie? Grin Grin Makuhita Also Hightera hat ja auch eine neue Form So wie Razav Boah, das Razav wäre auch geil Leider kein Hund So wie Das war's für heute. Oh, überlebt der den? Oh, knapp. Was? Da ist ein Wal, ein... Seht ihr das? Ein Hohnwiesel, wie das heißt. Ein Hohnwiesel. Alter, das ist voll selten. Welches Level hat das? Bestimmt ist das viel zu stark für mich. Hinter, hinter, hinter. An der Clip ist wieder ein Terra. Den machen wir. Nein, bitte sei nicht weg. Sei nicht weg. Es ist weg. Da ist es nochmal. Welches Level hast du? 27. Soll ich versuchen zu fangen? Oh, wie er antäuscht. Das kann ich doch bestimmt eher kriegen, oder? Äh, ein weibliches brauche ich für die Entwicklung, ne? Ich fange das einfach später so. Eine Präumvision von Home. Also, seit ich Home kenne, war das schon immer so. Du hast standardmäßig eine Box und Premium für 5 Euro im Monat hast du dann ganz viele Boxen. Ich kenne das nicht anders. Ich kenne das nicht anders. Muss bei eben zu einem Pokémon Center. Ich kenne das nicht anders. 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 Fun-Pi. Fun-Pi. Cool, cool, cool. Interessant wird doch, ob man später den Terra-Typen ändern kann, wie man will. Oder ob man sich das züchten kann oder so. Ein Pummelhof. Ein Pummelhof. Ich kann mir auch hier nochmal Bälle kaufen. Ich war unsichtbar, habt ihr gesehen? Es ist so verbuggt. Kriege ich jetzt einen Mondstein her? Mal 50 Pokémon, stimmt. 48, 2 noch. Gibt es richtig schöne EP Bonbons. Gibt es auch noch Funpi bestimmt. Oh, da ist ein Terra-Raid. Oh, ein Terra-Pokémon. Zierpurze. Oh, Zierpreise. Ne, Zierpurze. Zierpurze, ne? Ja. Level 7, das fand ich mal so. Ah ja, das fand ich so. Terra-Typ Pflanze mit Dürre und Solabium. Das wär's Bonarking. Das wär echt krass. Ja. Das wär crazy. 49. Mir fehlen grad so ein bisschen die echt krassen Oldschool-Pokémon. So ein Ratzfratz oder ein Taubsi. Hätte ich ja mal extrem gefeiert. Ich mein, Dicta ist schon cool. Schön Oldschool. Hartminze. Okay, okay. Was haben wir hier? Ein Dicta. Scheiß, auch Dicta. Und was ist das? Starralili. Haben wir. Ja, bei immer Tag. Minzen gibt's wieder. Gut zu wissen. Ja, mega, 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 mega gut. Ich hoffe, man kann Minzen von Schwert Schild übertragen. Weil da hab ich unendlich. Mit den Minzen konntest du den Typ ändern, das Wesen. 5 EP-Bombung S. Feuerstein. Ja, Mann. Jetzt nur noch ein Fucano finden. Jetzt noch ein Fucano. Das wär's. Für 20.000. Das wär günstig. Den hab ich schon besiegt. Ich bin wieder zurückgefahren, ne? Grafen, Glitzer. Ja, ja, aber das war ein Dicta. Dicta hab ich schon. Ah, ich hätt's besiegen können. Hätt's gut Erfahrung gegeben. Die hab ich schon mal gesehen. Ja. Nein. Dankeschön. Ah, ich schichern. Von den Kugeln. Die hab ich zwar gesehen. Ist das sehr? Was horas legiane? Ja, ich bin mal. Ähm. Oh nein. Ich versuche ihn. Ich binolé inviteberniert. Ich bin nicht mitiram tenho nur mir. Ist eigentlich schlimm, dass ich über den Attacken sitze, Leute. Gut, dass ich das frage nach 4 Stunden, ne? Nur, okay. 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 Wir haben noch nicht einen Orden, ne? Kein Orden. Über 50 Pokémon. Come on. Hier ist aber was falsch. Okay. 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 Ah, die Trainerkämpfe geben ja gar keine Erfahrung. Was ist das? Ups. Das ist das Ding da, dann würde ich das besiegen. Das gibt gute Erfahrungen. Ja, ne? Ah, stimmt. Der hat ja einen anderen Typen jetzt. Eis! Oder was ist das? Feuer? Hohen? Das gef... Also, wo weiß ich jetzt, was er für einen Typ hat? Stein. Das ist gut. Stein, ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Level up! Und 2000 LP. Oh, das gibt gut LP. Die sollte ich, glaube ich, immer machen. Hmph. Um. Um. Das war's für heute. Die Katze braucht gerade Aufmerksamkeit. Ich hab jetzt Katze als Starter und Katze aufm Schoß. Das passt doch. Sprudel. Ich hab jetzt einfach weitergefahren. Ich hab jetzt gar nicht das alles nicht gesehen. Aber wo ist mein Fucano? So. Katze. Ah, ich muss gleich nochmal runter. Erinnert mich, da ich den Pokéball mitnehme. Was ist das denn? Was? Fang! Er setzt sogar einen Hyperball rein. Fang! Bam! Gierspenst! Die Gemünzen bestimmt für die Entwicklung. Weiß ich nicht. Mob Tiff will besser lernen. Kriegst du. Die Masse weg damit. Schatztrohen Pokémon. Das Haus in einer alten Schatztrohen. Das Haus in einer alten Schatztrohen. Manchmal bei Antiquitätenhändlern in der Ladenecke, da man es nicht als Pokémon erkennt. Nummer 391. 50 Gierspenstmünzen. 50 Gierspenstmünzen. Elektroball. Also merkt euch den Turm, Leute. Hier gibt es Gierspenst. 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 Das Rotom vorhin hat mich vor dem Tod gerettet. Ja. Das Rotom vorhin hat mich vor dem Tod gerettet. Gibt es hier Superbälle? Nope. Nein! Fusskick. Fusskick. Ich habe gegen den schon gekämpft. Da ist noch ein Pokéball. Ich glaube ja. Wo bin ich? Da bin ich. Ja, ok. Jetzt kann ich zurück, von da war ich schon. Ich kann einfach hinfliegen. Und gehe jetzt ab in die Stadt. Ich würde mal in die Stadt gehen. Ich würde mal in die Stadt gehen. Skaraborn. Ist hier der erste Orden? Ist der erste Orden, oder? Käfer. Ist schlecht. Ist ganz schlecht für mich. Guck mal, der kann im Wasser. Da. Ein bisschen. Na rein da. Das wird schon regeln. Ein erster Orden. Also der wird jetzt keine Level 20 Pokémon haben, oder? Da. 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 Da hat der. Sein. Sein. Sein Bart gefällt mir. Ich glaube, so mache ich mir den Bart für morgen auch. Wird es sein, am Olivenrollen teilzunehmen. Okay. Rollen wir ein paar Oliven. Rollen wir ein paar Oliven. Rollen wir ein paar Oliven durch die Gegend. Wo findet dieses Olivenrollen statt? Da unten. Oha, was war das denn für ein Pop-In? Oha, was war das denn für ein Pop-In? Was ist das Game B ist jetzt? Gut. Positiv überrascht. Ich muss sagen, meine Augen haben sich auch an die Grafik gewöhnt. Und an die Bugs und Legs. Wenn du es das erste Mal spielst, denkst du die ersten zwei Stunden, oh mein Gott, das leckt alles so fürchterlich. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nimm am Olivenrollen teil. Muss ich auch gewinnen? Muss ich das auf meinem Dingsbums machen? Ich habe keine Ahnung. Nein! Ach, es ist nicht mehr zu auf Zeit. Können wir ja voll Zeit lassen. Da hinten soll es hin. Nein! Nein! Oh Gott, die Physics, Leute. Und die Kamera. Und die Kamera. Sie hätten sich nichts besseres aussuchen können. Und da noch keinen runden Ball. Was ist das? Was ist das? Oh Mann. war es doch schnell ich muss mir gleich mal schnell eine pizza in den Ofen schieben ich habe echt mega mega Hunger okay jetzt können wir kämpfen das ist ja auch weiß ich nicht wie finden wir das ist irgendwie witzlos oder also brauche ich jetzt nicht unbedingt lass mich doch einfach in die Arena rein hat das so einen Mehrwert weiß ich nicht ob das sein muss und die Stadt ist wieder total leer ne kann das mal sein also nix hier ist interessant außer der Arena nix ist hier interessant es gibt zwei Pools drei Pools kannst aber nix dran vier Pools gibt es aber nix dran machen naja dafür sind die Gebiete halt witzig bin ich gespannt und dann kämpft man direkt gegen den Arena-Leiter davon müß ich die Kämpfe form ey kann das mal sein dass wir voll wenig äh Trainerkämpfe haben erste Route hatten wir acht oder so zweite Route hatten wir nochmal acht das ist ja nichts wir haben voll viel uns damit aufgehalten Pokémon zu fangen aber stell dir mal vor du machst das nicht und rennst nur durch dann kommst du ja an mit Level 5 wieso hat die ne Kochschütze an und ne Kochhut ah verstehe nö da gefallen mir die Oldschool-Arenen doch mehr mit Rätseln in der Arena mit Trainerkämpfen in der Arena hoffentlich bin ich overleveled jetzt habe ich ein Problem 14 das ist gut ich mag es wenn es unfair ist sehr schön Tarundel nö weiter kämpfen Biss weiter Biss Biss ist der Way to go zurückschrecken schade das ist halt sehr effektiv Käfer gegen Pflanze ist sehr effektiv das ist echt mies und jetzt letztes Pokémon wird bestimmt irgendwas ey man kriegt ja gar keine Erfahrung der hat jetzt bestimmt eine Terra-Kristallisierung auf Käfer ne No Wenigstens ist die Musik geil Au, 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 au Das tut B Seicher Ich sag ja, dass das weh tut Ich überlege auf eine Pflanzenattacke zu gehen Einfach wegen Step Und nochmal mehr Angriff durch die Kristallisierung Die Uhr ist nochmal in der Arena zu sehen, ist irgendwie cool Ja, stimmt Schade Vielleicht Dreck machen müssen, dann wäre er jetzt tot gewesen Mob Tiff, time to shine Wisst ihr, was ich halt auch nicht verstehe? Die ganzen Typen im Hintergrund haben FPS von 30 Wieso haben die das in der Schulklasse und so nicht hinbekommen? Also es ist auch irgendwie so Also ich verstehe es halt auch nicht Hm 2700, sehr geil Eine von acht Hat nur vier Stunden gedauert So, ich hoffe die nächsten dauern nicht auch so lang Anspringen Was muss ja nicht so schnell gehen Was ist auch noch gar nicht so schnell Das ist auch schon Und dann hab ich Tennis Was ist auch noch nicht so schnell Und dann habe ich das in der Schulklasse Und dann habe ich das in der Schulklasse Die Schulklasse Die Schulklasse Ok, geschafft. Ok, geschafft. Ok, geschafft. Ok. Es ist noch ein neues Pokémon. Flabibi hat doch keine Weiterentwicklung oder? Ich glaube nicht. Doch, scheiße Zwei sogar Mist Und da hole ich mir dann nochmal eins Oder ich hole dann später die Weiterentwicklung Flötte und Florgräs Egal, das ist jetzt erstmal egal Egal, das ist jetzt erstmalig Wieso gibt ihr mir immer Tipps? Ich will ja keine Tipps von dir So Wo geht es denn jetzt weiter? Nach da Alter, da muss ich den Weg Alter, gibt es hier viel zu entdecken Das wird lange dauern, Leute Holt euch was zu trinken Das wird eine Fahrt Da geht es weiter, hoffe ich Eine ganz wilde Fahrt wird das Anderen Weg gibt es nicht Hier ist überall das Wasser gewesen Muss bis ganz oben, bis zur Brücke Okay Schnallt euch an Oh Vielleicht finden wir Fucano Oder Ghost Dog Das wäre huge Oder nochmal ein Terra Sollen wir nochmal ein Terra Raid machen? Ein Düsenjet Gibt es was cooles? Oh Eine Menge, ne? Da ist Wuffels Ah, was das da oben links ist Weiß ich nicht Wuffels hat da auch verschiedene Weiterentwicklungen, ne? Da bräuchte ich mal kurz einen Crashkurs Die Spinne ist oben links Ah, stimmt Die habe ich schon, ne? Wieso läuft das? Wieso geht das hier nicht? Konntest nicht teilnehmen Och, nö Einmal Tagesform Nein, Nachtform Nein, Dämmerungsform Okay Haben die verschiedene Typen Alles Gestein Alles Gestein Typ Okay Worin unterscheiden die sich dann? Nur im Aussehen? Oder auch vielleicht in den Attacken? Ist das die Weiterentwicklung von Flabebe? Spezialattacke und so weiter Ja Da müsste ich mich erst mal schlau machen, glaube ich Und wenn es jetzt wieder nicht geht, gehen wir raus Dass das die zweite Stufe ist Das ist die erste Stufe Ist ja gut, dass ich nicht drin bin Ah, das ist doch ein bisschen hakelig Lol Lol Ich gehe literally zwei Meter weiter Da ist Wuffels Was? Das Krasser Zufall Ich kann mich noches in Use brewerie Ich teste Ich kann meine Ich habe Ich steig Ich bin das Ich glaube Frau Sterve Entschuldigt Ich bin Ich bleibe Enschte Ich habe Be montage Ich bin Da ist auch ein Fumpy. Okay. Der Grashypfer ist auch da, ja. Ja, viele neue Pokémon. Sam, mein bester, viel, viel Dank für deinen Sub im vierten schon. Mega, mega nice. Danke dir. Das Game ist ganz geil, muss ich sagen. Also, ich bin positiv überrascht. Ich hatte Schlimmeres erwartet. Ich schau nicht zu viel rein. Ja, lass das. Ich schau nicht zu viel rein. Ich schau nicht. Okay. Ich sehe keinen Gras-Hipfer, kommt bestimmt noch, da vorne ist er, erst mal kämpfen. Weiß ich nicht, Recon, weiß ich nicht, kann ich dir leider nicht helfen. Ich habe noch gar kein Multiplayer gespielt, bis auf eine Terra-Rate. Okay. 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 Samenbomben 80 Stärke What? Abfahrt Ich muss sagen, das Wesen Auf Feliospa ist richtig gut Schon wieder am Volltreffer Müsst du, wenn ich jetzt schon den Feuerstein haben Jetzt auch noch wieder voll viel, oder? Schon recht herablassen, der Name Oh, guck mal da Was ist das denn? Schlingel Ey, man kann so viel fangen Das ist ja so geil Der Paprikakopf Wie oft du flinch mit bist, ist crazy, ne? Wurde es erhöht? Ich glaube nicht 57 Pampuli Hast du dich da versteckt? Das Ding Das Ding Dann Ich glaube nicht 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 Wir sind Ganz schön Schaden, ne? Drin Moinobu, nö, hab ich nicht Ich lösche den VOD Danach machte ich keine Sorgen Heilen Sollte sie vielleicht aufhören, wieso? Geh weg Schlingel Naja, das ist erlaubt Soll ich das erste Mal, dass ich ein Game vorausspiele? Was ist das? Ach, das ist wieder diese Heuschrecke Ein Embargo? Ich weiß aber nichts von einem Embargo Das ist eher an Leute gerichtet, die mit Nintendo zusammenarbeiten Hmm Erlaubnis haben. Danke, No. Ciao, ciao. Der ist Riolu. So, mal gucken, wo es den gibt. Habitat. Habitat. Da unten. Da war ich doch schon, ne? Hier? Da unten. Am Leuchtturm links. Ist nur gelegentlich anzutreffen. Bei bestimmten Wetter bestimmt. Wo ist der denn der Kackleuchte? Ah, warte. Da hab ich doch was gesehen. Was heißt auch das hier? Als Zielort festlegen. Ich weiß nicht, was es heißt. Drache? War doch hier schon, oder? Bin ich doof. Ne, hier war ich. Ich komm da gar nicht hin. Hätte ich rechts raus gemüsst. Okay, verstehe. Okay, war ich bescheid. Vielleicht Arena? Hm. Ah, ein... Komm her. Nein. Ein Nebulark. Oh, als ob das trifft. Ich glaub, ich hab'n Aufhecker. No Problem, vielen Dank für deinen Follow, mein Bester. Drin, critical catch. Fandpikralle. Fandpikralle. P-Bonbon. Ich hätt' voll gern nochmal so ne geile Minze. So ne... Rah, Mankey. So ne geile Mäßig-Minze. Wär cool. Ah, ich schlafe. Vergessen. Ich schläge doch schon mal bis 16. Aufhecker. Sieben Mal. Crazy. Da ist er, der Feuerstein. Als nächstes... Zehn Netzbälle. Traunfugil. Da voll die coolen Pokémon. Ja. Voll die coolen Pokémon. Drin. 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 Ach Mann. Nicht aufgepasst. Ben... Dies. Traunfugil. Haha. Hier die coolen Pokémon´s. Immer plus Dion iets. Ja. Leider. Die까 Merry day. Ich vibraue. ein pokémon ich glaube saenbaum dürfte stark genug sein mit 80 stärke ja man hat immer das gefühl um eine ecke weiter ist wieder neues pokémon da ist er der apfel na endlich was das das ist nicht der apfel geosali könnte auch ein pilz aus dem mario universum sein den haben wir auch südliche zone 2 boah sind hier viele von den dingern ein guter ball lehmschelle das schlecht na auf welchem level entwickelt sich wuffels wie sieht das nein nein hier war ich ja eben ne oder moldritt genau moldritt ja voll wieder zurück ich bin hier jetzt einmal so rum ne kriege ich jetzt weiter nach oben ist in haste aus dafür die so jetzt habe ich Auf der anderen Seite vom Fluss. Ah, schade. Da ist noch ein Kämpfer. Ich hätte mich mal heilen sollen. Ich hätte mich mal heilen sollen. Ich hätte mich mal heilen sollen. Okay. Dann folgen wir mal dem Pfad. Es gibt auf jeden Fall Tag-Nacht-Zyklus. Es ist jetzt wieder Nacht. Oh, da ist eine Höhle. Das ist doch dieses neue Knabon. Hältst du ein Biss aus? Ich habe Angst. Du hältst ein Biss aus, oder? Oh Gott, ja. Meld, Biss aus. Ich muss gleich Bälle holen. So, dieses Mega-Man-Pokémon. Nimm ich das mit ins Team. Ich habe jetzt das Gefühl, dass sie sich alle hier bald entwickeln. Gibt es nicht nur ein Karmesin? Ne, ne. Das gibt es in beiden Versionen. Nur die Weiterentwicklung ist in beiden Versionen unterschiedlich. Die Vorentwicklung ist bei beiden gleich. Ja. Oh, Schuppet. Komm. Schmeichler, nein. Muss doch sich jetzt mal hier was entwickeln. Das ist Boxi. Schon auf der Welt 18. Einfach nicht entwickelt. Junge, Junge, Junge. Sonnentag. Wenn sich viele wieder erst mal in den 20ern. Ja, voll nervig. Hasse das. Anton, riech ich mal abchillen. Oh. Ne, bau mal hin. Ich dachte schon, Burge. Burge-Dingsbums. Ey, soll ich den Terror Raid da machen? Ich könnte da hin. Yes. Ey, ihr müsst mir... Müsst mir mal sagen, wann sich Wuffels entwickelt. Ah, hab ich schon. Danke, Püffel. Danke, Püffel. Danke, Püffel. Boah, Zauberblatt könnte ja tot sein. Na, nicht. Na, nicht. Du geht mal an. Ge peut. Wie geht man hier? Nee. GOES ANDERCip. Aber da etc. Das ist jetzt ein Race. We get it. Dann geht fest. everything. Ich bin so 모�ge. Sicher. Nein. Ich bin. Usually bin ich. ich bin. Gleich motiviert. Schuss. Blippschleim Lecker Ein Wablu, habe ich schon Was ist das? Was ist das? Fla-Tutu? Mach es aber lieber Tagesüber, 112 Base-In Sind cooler als Vakilien-Verteidigung Tagesüber, 25 Machen, machen, machen Danke Püffelmon Auf jeden Fall tagsüber Das mache ich Dauert ja noch ein paar Level Ist das die Weiterentwicklung Von Fla-Baby? Ne Ne, das ist ein ganz neues Was ist das Eis? Bis zum nächsten Mal Blippschleim Guter Schaden Ja man weiß auf jeden Fall worauf Augenmerk gelegt wurde Guter Schaden Guter Schaden Guter Schaden Guter Schaden 65 5 noch Steilender Boden reinbringen können Ja Stimmt es gibt keine neuen Evoli-Entwicklungen Vielleicht kommen die aber noch mit dem DLC Aber ich glaube es nicht Ich muss glaube ich unbedingt beim Poker Center vorbeischauen Obwohl ich habe so viele Eta, die kann ich mal einsetzen Steinknochen Der gibt viel Geld Also falls ihr denkt der Stream Leckt oder so, ne 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 das ist das Game Wenn ich die Kamera Drehe dann hat das nur Noch 2 FPS gefühlt Meint die Spoxida entwickelt Das frage ich mich Und das Elektro Pokémon Ist auch schon ein Level Poker Bälle Sag mir du hast Super Bälle Yes Oh So Ähm Da komme ich Ich will nach Süden Ich mache nicht mehr so lange Leute Ich habe übel Hunger Kätzchen braucht auch Essen Dann muss ich noch das Video hochladen Auf YouTube für morgen früh Und morgen früh komme ich auch direkt Wieder online Sobald ich aufwache Zack bin ich online Leute Ich spiele auch nicht offline weiter Um 7 Ja so ungefähr 7 Uhr klingt gut Dann bin ich da noch wach Wieso bist du da noch wach Achso Weil du selber spielst Zieh es echt durch Ja du weißt ja jetzt schon viel Du wirst auf jeden Fall schneller durchkommen als ich Nein nicht Brüller Guck mal kurz was es hier gibt Und dann gehe ich wieder runter Ah da kommen so Steine runter Ja Weiß ich nicht Will ich da jetzt lang Ach da Ein Herrscher Pokémon Das sparen wir uns mal für morgen auf Würde ich sagen Dem Herrscher Pokémon Das ist auch neus ne Das erinnert mich voll an das Ähm An den Ähm Vogel von Ähm Yoshi Island Was den kleinen Mario verliert Wer erinnert sich Zu der Herrscher Pokémon Ja gibt es Das machen wir morgen früh Salty Vielleicht hast du den auch schon Wenn ich online komm Wer weiß Ist ja auch Zeit Okay das ist gut Okay das ist ja auch Was geht Das ist gut Was geht Wenn ich zu Ich krieg. Da oben gibt es auch Safers. Ein Sonderbomb. Ja, bei den Steinen gehe ich jetzt nicht weiter. Das mache ich dann morgen. Was ist da? Da kann man auch lang. Okay. Mit Teilklaue? Ui. Da ist noch ein Terra Raid. Was? Deko, ich höre noch an. Ist das ein Terra Raid oder ein Terra Pokémon, was einfach nur rumläuft? Ein Terra Raid. Ein Terra Raid. Ah, mal gucken, was es ist. Ey. Oh, Flottball ist auch mega. Was ist das? Böse, was es ist. Blonkett. Ja, hab ich auch gedacht. Ist das? Ist das? Hab ich es gesehen? Ja, ja, ist es. Ist es safe. Ja. Alter, viel Schaden. Krank, wie ist es auch gemacht. Das war schon. Ich war aber nie so ein Fan von dem. Ja. Ist doch mal das Pokémon. Was danach kommt. Waggon. Klonkett. Waggon. Keine Ahnung. Fand ich immer kacke. Monte Cabo. Genau. Grüllschlong. Drin. Fieler Neues. Geil. Geil. 60. Alrighty. Wir müssen uns so gut machen. Oh, das ist nicht so gut. Das ist nicht Süden, das ist Norden So, richtig Die Karte ist einfach wieder falsch rum Das ist ja nervig Oh, soll ich hier links lang Hier ist das geröllte Ding Boah, es ist so verwirrend Wo will ich lang Nach Norden Weil ich das so Oh Mann, ich bin komplett verwirrt Gerade mit der Karte Was ist das? Pokémon Das muss doch aufgefallen sein Ich will aber gerne noch mal eine Entwicklung sehen Irgendwie von einem neuen Pokémon jetzt Vor Gita Was ist... genau Oh, ja Den will ich Ist das so Ja Ich bin komplett Der hat ja schon, der hat ja noch einen Drittschufe, JA! Wieso Level ist der jetzt der Sack? 17. Wann will er sich entwickeln? Komm, gib Pamo mal ein bisschen Erfahrung. Kamaub! Wie das Warbluder hoppelt. Wie das Warbluder? Wie das Warbluder? Wie das Warbluder? Heilen wir dich mal eben. Na Mann! Das haben die ja kacke gemacht. Du bist ja immer an einer falschen Person dran. Oder? Ne, doch nicht. Bestimmt entwickelt er sich auf Level 18 in der Pamo. Kann ich mir auch vorstellen. Können wir jetzt wieder einen Tipp... Nein! Hör auf diesen fucking Tipps! Schön! Schön! Hier! Den! Schöööön! Weiter! Wuffels! Pau! Schlick da haben wir! Würde er sich jetzt eigentlich theoretisch auch entwickeln? Steuerung ist manchmal so hackelig. Also weil ich nicht weiß was ich drücken muss. Sprites sind auch schön gezeichnet. Ja die Sprites gefallen mir auch. Achso, dann fange ich direkt den Kampf an. Das sind nicht Auto-Battler. Ok verstehe. Galle Level 17 ist hier gut. Gibt gute Erfahrung. Ja. Sieg ihn! Schön! Komm nicht mehr viel! Schön! Jetzt den! Schön! Funpi! Nächster! Schön! 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 Ist Level 18. Hat sich aber nicht entwickelt. Ich weiß nicht ob das mit Auto-Battler auch geht mit dem entwickeln. Hat sich auf jeden Fall nicht entwickelt. Das ist ja Level 20 vielleicht? War das so? Das ist ja, vielleicht... Oops! Ich weiß ja nicht, echt. Ich weiß nicht, das ist ja nicht möglich. Wie ne, eigentlich? Aber Sproxy ist fast auf 20 Was kommt jetzt? Nein, das ist keine Zusage Hä, ich wollte doch einfach nur zur Arena Ich bin glaube ich voll auf dem falschen Weg, kann das sein? Ich dachte hier ist der Zweite Orden Aber nein, da ist so ein Star-Ding Das ist schlecht Mann Hier bin ich falsch Hier will ich noch gar nicht hin Hier will ich nicht hin Ich will hier weg Das ist der Direktor? Ne, ne, ne Da will ich aber gar nicht hin Wo bin ich denn falsch abgebogen? Wo bin ich denn? Da bin ich Da bin ich? Da will ich ja Hier will ich hin Das heißt ich will da Und dann hier runter Na ja Also nach Osten Da und dann rechts Gut Sproxy fasst auf 20 Ist auf 20 Also entweder entwickelt sich das mit Ähm Hä? Ich komme hier nicht Ich komme hier nicht lang Ich muss die besiegen Ah, die sind also alle miteinander vernetzt Oder wie Oder ich versuche ganz außen rum Aber hier ging es ja auch nicht weiter Okay, war ich Bescheid Dann muss ich hier morgen weitergehen Green of Flame Vielen Dank für deinen Follower Mein Bester Ja, dann würde ich sagen Machen wir hier morgen weiter, oder? Ey, man kann ja übel schnell so leveln, ne? Es ist zwar immer nur wenig, was man bekommt Aber man kann halt so viel hintereinander weg Äh Wegbursten Das geht da echt schnell Scheiße, bin ich hier schon wieder zu weit Level 26 Und wer geht es? Ich schläge da Danke, Püffel Tag hier, mein Rivale What? Mann, hier wollte ich noch gar nicht weiter Okay, den Kampf machen wir noch schnell Vielleicht entwickelt sich noch was Und das Augending auf 28 Sproxy auf 28 Alter Schwede Ja, das mache ich 17. Dezember Ich muss sagen, also Ich habe echt ganz selten Gegner Wo mal Pflanze sehr effektiv ist Es ist voll oft Nicht sehr effektiv Pflanze Ja, komm Hör auf mit dem Gelaber Ich mache die fertig Wir haben die auseinander Aber erstmal Wird gespeichert Und ausgemacht Zack Morgen Ich lasse es sogar so Morgen geht es genau hier weiter Um 7 Uhr Wir gucken jetzt mal, wenn wir raiden können Ich lasse es